funktioniert und nichts stürzt ab, das wäre bezaubernd. Es sieht gut aus, ich sag erstmal hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Streamstag am Donnerstag und mit dabei ist Klerkus. Hallo! So, oh nein, denen fehlt schon wieder Holz, was ist mit denen? Die heizen für draußen, ne? Wir haben denen extra die Wände isoliert und die heizen für draußen, hab ich das Gefühl. Ja, bestimmt. Okay, das heißt, ich geh erstmal Bäume schlagen und klein machen. Obwohl, warte mal, können wir die Priorität hier vielleicht ändern? Wir haben aber, glaube ich, schon zum großen Teil Brennholz, ne? Lambert, Lambert hat auch noch eine Axt. Die Produktion. Holzstämme, ja dann lasse ich jetzt die Bretter, machen wir jetzt auf 0 und dann machen wir 50-50. Holzstämme, Brennholz. So, das ist gut. Okay, ich mache aber trotzdem Brennholz. Ich suche erstmal, oh Gott, hier sind, stimmt, jetzt weiß ich wieder, das hattest du vorgeschlagen, Holzfällerhütte in den Wald, ne? Genau. Das sollten wir vielleicht als erstes machen, damit wir, am besten irgendwo, wo auch Ahorn ist, weil da mehr Baumstämme rauskommen, also mehr Holz rauskommt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin schon wieder gegangen, um Bäume zu füllen. Ja, nee, wir wissen, oh, die sind alles, als wenn hier Biber wohnen würden. Sehe ich gerade. John, einen wunderschönen guten Abend, tschüss, Lambert, herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für 22 Monate. Dankeschön. Guten Abend. Das sieht hier echt aus, als wenn hier, also, irgendwo muss hier eine Biberburg sein. Mhm. Aber das sind auch alles Birken, ne? Das ist echt doof. Wir brauchen irgendwo was, da sind unsere Jäger oder unsere Toningenieure, wollte ich sagen. Äh, unsere Tonbringer. Und Techniker. Techniker, unsere Tontechniker. Also hier hinten Richtung Brücke, ach, genau, das Wildschweingebiet war das, verdammt. Aber du meinst ja, die werden vor den Wildschweinen nicht angegriffen, ne? Glaub nicht. Ja, dann lasst uns da irgendwie, weil hier sind, also hier zum Wasser hin, sind auf jeden Fall auch Ahornbäume. Dann baue ich hier einfach noch eine Holzfällerhütte hin. Dann hoffen ja auch die Jäger, die schließen dann die Wildschweine ab. Ja, jetzt lass mich, jetzt bin ich mal neugierig, da hinten steht ein Wildschwein, ne? Ja, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin kein Jäger, ich bin ein Lissi. Da hinten ist ein Wildschwein. Jagen die jetzt das Wildschwein oder jagt das Wildschwein sie oder lässt es die in Ruhe? Jetzt ist das Wildschwein weg. Okay. Ich würde sagen, wir setzen hier mittendrin jetzt eine Holzfällerhütte hin, ne? Ja. So, das hier ist ein Drumherum, so ganz viele Bäume. Da würde ich fast schon sagen, dass wir einen zweiten Holzfäller anstellen, oder? Ja. Macht, glaube ich, Sinn. Warte mal, wie braucht man nochmal? Das müsste, nee, warte mal. Ich hatte noch einen, ich hatte noch einen im Winter. So, ich habe aber keinen mehr, ich hatte nur einen. Jetzt brauche ich meinen Hammer. Habe ich nur noch den? Okay, dann möchte ich den. Einmal auf die Acht. So, das heißt, Hammer in die Hand nehmen, Hammer, Hammer. Dann, ähm, Gebäude. Was waren das? Produktionen, ist das Klausel? Ey, du hattest nur einen. Mach das, nee, du hattest nur einen, ja, klar. Ich habe mich noch nicht mal getroffen, wie ich gleich Kampfmusik kriege, ey. Du wurdest angegriffen. Ähm, Holzschuppen. Aber für den zweiten fehlt uns noch ganz viel, okay. Holzschuppen. Nee, nicht Holzschuppen, doch. Holzschuppen brauchen wir dafür, ne? Ja. So. So, jetzt brauchen wir Steine. Jetzt such mal nicht Schnee, sondern such mal jetzt Steine. Okay, es lieb, aber einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Okay, das war Stopp und Steine. Kein Stein. 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 Stein muss sein. Sebo, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Oh, Schwein! Hinter dir, hinter dir, Schwein, Schwein, Schwein. Schwein, 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 Schwein. Warte, wo ist mein Bogen? Yo, ich hab's. Wie die Jäger gar nichts machen, ne? Also ich glaube, das bringt so herzlich gar nichts, dass die Jäger hier... Aber ich, da die NPCs nicht drunter leiden, wird ja wohl auch unser Holzfäller in Ruhe gelassen werden. Jetzt bin ich dreckig. Ey, toll. So, jetzt holen wir jetzt mal Holzstämme. Wir haben jetzt erstmal den Wald roten müssen, damit wir den Wald roten können. Ach, das ist eine Fichte? Das ist überhaupt keine Ahnung, da hab ich gar nicht drauf geachtet. Die lichte Fichte. Im lichten, dichten, fichten, dicke ich. Das hatten wir schon mal in Kingdom Come Deliverance. Na, Brennholz brauchen wir trotzdem immer noch. Aber erstmal brauchen wir mehr Holz. Und dann brauchen wir jemanden, der Ohr... Holzfäld, ne? Mhm. Jetzt hab ich kein Stroh mehr, echt. Jetzt brauchen wir echt nur noch Stroh. Sieht so aus. Ja, fünf Stroh. Das ist das einzige, was noch fehlt. Haben wir hier vorne irgendwo Stroh? Nö. Och. Weißt du, sonst steht immer überall, ne? Ja, ist welches. Holst du schon Stroh, oder? Ja, 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 ja. Okay, gut, gut. Dann guck ich mal eben in die Verwaltung, ob wir eventuell sogar jemanden abziehen dafür. Oh, den... Na, nee, pass auf. Mit dem restlichen Holz, was ich im Inventar habe, mache ich jetzt erstmal Brennholz. Ähm. Weil die sind alle am Meckern. Da steht überall... Oh, zehn, elf. Die brauchen so viel. Die arbeiten doch jetzt alle. Die sind doch gar nicht zu Hause. Warum brauchen die nicht ganz Brennholz? Die haben doch alle jetzt was zu tun. Was wollen die denn eigentlich? So, Milan... Äh, nee, Lambert, Entschuldigung. Das ist ja Lambert. Mach mal eben... Kusch, Schu, Schu. Ich bin schneller. Lass mal. Ähm, Brennholz. So, jetzt mache ich erstmal sieben Brennholz. Nee, eigentlich nicht. Es ist ja mal... Wie viel kriege ich immer? Vier pro Stück. Vier mal sieben. Rechnet selber, Chad. Das ist die Aufgabe bis morgen. Bis morgen habt ihr es bitte schriftlich eingereicht. Vier mal sieben. Vier mal sieben. Ich denke mal 28, ne? So, Brennholz einmal. Oh Gott, ich kann das gar nicht mehr. So. Okay, haben wir. So, Brennholz ist jetzt erstmal wieder erledigt. Ähm, jetzt Verwaltung. Da wollte ich mal gucken. Oh, ich bin auch noch so begeistert. Weißt du, weißt du, ein Gerald muss schwer in der Landwirtschaft schuften. Der ist schwanger. Aber es ist ja Winter. Passiert ja jetzt gerade nichts. Warum sind Eskosimir und Lambert, warum sind die bei 11%? Stomir ist der Neueste gewesen. Warum sind die anderen so zufrieden? Und die anderen nicht. Tierzüchter, 19%. Also es hat gar nichts damit zu tun, wie die mit ihren Fähigkeiten sind, wenn ich das richtig sehe. Weil hier Lobomira hat mal ein, zwei Tierzüchter und ist trotzdem bei 19% mit der Stimmung. Hm. Zufallsgenerator. Ja, wundervoll. Ja, würdest du das sagen? Deine Frau hat die höchsten Prozente. Sie hat 27%. Ja, nein. Musst du sagen, liegt an dir. Hm. Okay. Für Holzfällen. Was waren das nochmal? Holzfäller 2. Das ist, ja, dieses Bergabweiterzeichen. Dobroslava. Aber die ist gerade dabei. Die macht Ton. Sollte ich die abziehen? Dann haben wir... Ton brauchen wir trotzdem. Aber vielleicht reicht einer. Dann nehme ich einen da raus und stecke Dobroslava in die Holzgewinnung. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Was? Wer gratulierte gerade? Weil wir schwanger sind? Ja. Ich habe einen ganz großen Anteil daran gehabt, dass mein Mann schwanger wird. Fuxi, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Jetzt willkommen. Ich bin nicht schwanger. Mein Mann ist schwanger. Gerald ist schwanger. Da, Gerald. Gerald ist schwanger. Ja. Wir sind schwanger. Uranus, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, Dobroslava. Dobroslava. Zeig mal. Ich nehme dich aus dem Grabungsschuppen raus. Vielleicht wird sie dann... Geht sie auch besser. Wohl weiß man nicht. Vielleicht will die lieber alleine arbeiten und hat da keinen Bock drauf. Grabungsschuppen. Feldschuppen. Warte mal. Holzschuppen. Ähm. Wir haben da sowieso noch einen drin, ne? Im Grabungsschuppen. Hm. Egal, wir brauchen Holz. Dobroslava. Genau. So, und sie braucht jetzt natürlich Schaufeln. So, jetzt ist die Holzschuppen drin, ne? Ja. Ähm. Das heißt, wir müssen Schaufeln machen. Gut wäre ja vielleicht dann gleich, ne Kupferschaufel zu machen. Das wäre, glaube ich, die beste Idee. Was war das hier? Bronze? Bronze. Bronze. Kupferwerkzeuge. Kupferschaufel, ne Kupferschaufel, ne Kupferschaufel brauche ich zwei Holzstämme und vier Kupferbahnen. Ja, das kann ich auch gar nicht machen. Ich kann nur eine machen. Das ist ja großartig. Schwangere Frau gleich Quercus. Ne, Quercus ist auch nicht schwanger. Bei Quercus ist tatsächlich die Frau, die schwanger geworden ist. Ja. Rat mich nicht. Wir haben uns an die Gesetze der Natur gehalten. Was soll das denn heißen? Meinst du, war ich nicht? Ich weiß nicht. Gerald war einfach so ein liebevoller Ehemann, dass er gesagt hat, weißt du was, das übernehme ich. Ich werde für dich schwanger. So, Schaufel. Schön wäre natürlich dann noch vielleicht noch eine Holzschaufel, auch wenn die nicht lange hält, ne. Da habe ich aber noch einen Holzstamm für. Okay, schmeiß ich da hinten in die Kiste rein. Und dann muss ich das noch einstellen. Also wenn Männer Kinder kriegen können, würde ich mir das ja auch nochmal überlegen. Ja, die Männer bestimmt auch. Wenn sie wüssten, was es heißt, Kinder zu kriegen. Überleg mal, was ein Körper dafür macht, um einen Menschen zu praktizieren. Wahnsinn. Aber muss ja immer halt, es geht ja nicht nur, es ist ja nicht nur eine Entscheidung des Kinderkriegens. Es ist ja auch eine Entscheidung, ob man die Kinder auch haben möchte. Ähm, so. Halt, Schaufel. Toll, immer wenn ich jetzt Materialien nachschweißen muss, ähm, muss ich immer gucken, dass mir hier kein Schwein entgegenkommt. Dann mache ich lieber noch ein Holzschaufel, damit er nicht so oft hin muss. Wir müssten auf jeden Fall noch, ähm, ja, ein Bergwerk wäre nicht schlecht, ne. Also, oder zumindest noch mal wieder in eine Mine rennen, damit wir noch wieder, ähm, Kupfer. Mhm. Und so. Und das war's mit meiner Axtsuki. Deshalb ja überlegen, ja, überlegen sollte man sich das mal gut. Wenn man Kinder haben möchte, sollte man sich das auch so überlegen, ob man sie auch behalten möchte. So, Schaufeln. Habe ich gerade Schaufeln gemacht? Und keiner sagt, ähm, hallo, das hier, ähm, ähm, es geht hier um Holzfällen. Ähm, ich habe, ähm, Äxte reingelegt, aber dann allerdings du die Stein, äh, ja, die Steinexte. Ja, ja, ich mache dann auch noch ein paar. Hurra. Ich mache dann noch ein paar. Naja, was soll's, dann bringe ich eben noch ein paar Schaufeln rüber. Kann ja nicht schaden. Ah, Steinexte. Kann ich nur eine machen? Ich kann nur eine machen. Okay, ich renne eben einmal rüber, bringe da die Schaufeln hin, weil Ton brauchen wir ja trotzdem. Jetzt ist nur die Frage, ich glaube, ich habe da überhaupt keinen mehr drin, dann in der Verwaltung, ne? Lass mich mal eben gucken. Ähm. Ne, im Grabungsschuppen ist tatsächlich keiner mehr drin. Da hatten wir schon jemanden rausgenommen, verdammt. Gehen wir mal zum Arbeitsamt. Ja, aber dann brauchen wir noch mindestens ein Haus, es sei denn, weil ich, äh, ach nee, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen erstmal jemanden, der noch gut im Bergwerk ist, also grabenmäßig ist. Und dann müsste es eine Frau sein, weil wir haben ja das letzte Mal, ich glaube, das letzte Haus ist mit einem Mann belegt. Und das geht ja nun mal nicht anders. Ja, dann brauchen wir jetzt noch eine Bergarbeiterin, die wir dann hier wieder in den Grabungsschuppen reinstellen können. Äh. Warum die Spitzhacken? Ich bin mir gerade nicht so durch, glaube ich, ja, aber eigentlich nicht, ne? Egal. Schade auch nicht. Schaufel. Schaufel. Und das war's. Ansonsten... Oh, da liegt noch Holz rum. Das ist ja... Nimm ich doch mit. Dann sammle ich noch ein paar Steine. Und mach noch ein paar Äxter. Und dann, äh, stelle ich ein, dass wir Holzstämme brauchen und Brennholz. Können wir auch ruhig schon mal auf Vorrat dann anlegen, wenn wir zu viel haben. Dann mach ich da auch 50-50. Oder... Nee, damit wir bei uns in der Nähe wieder ein bisschen mehr Bäume haben, reduziere ich den... Mit dem Holzschuppen bei uns, werde ich dann die, ähm, Holzstammproduktion zurückfahren. Dann wachsen hoffentlich auch wieder Bäume nach. Das könnte ne Idee sein. Das könnte tatsächlich ne Idee sein. Ach komm, machen wir gleich sieben. Das ist ne gute Idee. Dann wächst uns vielleicht auch endlich mal wieder was. Euro sagt einen wunderschönen guten Abend. Schönste Damen ist jetzt willkommen. Ein schönes Spiel, hab etliche Stunden drin. Ja, wir werden bestimmt auch noch einige Stunden drin verbringen. So ein oder zwei. Ja, ein, zwei bestimmt. So, Holzfällerhütte neu im Wald. Nee, ist noch nicht ganz erledigt. Ich muss erstmal in dem Arbeitsaufträge einstellen. Ich bin schon wieder schmutzig. Oder war ich die ganze Zeit schmutzig? Wahrscheinlich war ich die ganze Zeit schmutzig. Ich mag das ja, wenn man so durch den Schnee läuft und das knirscht dann so schön. So ist es Abend. Ja, ist es. Hast du gesagt, du hast keine Ausdauer mehr? Nee, weil ich hab hier neue Felder abgesteckt. Ja. Die Hanfproduktion. Ja. Und kaum hatte ich sie fertig, sind meine Arbeiter hier verschwunden. Schon gedacht, hm, hast du die irgendwo anders hingesetzt? Aber die sind natürlich schon wieder ins Bett. Ja, klar. Faules Pack. Hallo, Gerald ist schwanger. Mein Mann ist nicht faul. Der ist schwanger. So, Steinexte. Acht Stück. Wie viele haben wir jetzt? Jetzt haben wir 13 Stück da drin. Also jetzt kann sie so richtig loslegen. Und zwar Produktion. Wir werden jetzt hier hauptsächlich, also hier weniger auf Brennholz. Äh, weißt du was? Wir machen hier auf 100%. 100% Holzstämme. Zack. Und da machen wir nämlich... Ja, das ist eine gute Idee. Und in dem anderen Holzschuppen gehen wir dann mit der Holzstammproduktion erstmal wieder runter, dass bei uns wieder Bäume sind. Dass wenn wir mal welche brauchen und wir keine im Lager haben, dass wir dann auch mal da welche schlagen können. Warum klingt Quercus so blechern? Sitzt der im Keller fest? Nein, Quercus sitzt nie, nicht, nie, nicht in irgendeinem Keller fest. Nein, wüsste ich nicht. Vielleicht hat sich aber wieder mein Mikro verstellt. Modkeller, genau. Quercus ist im Modkeller. Ja. So, dann stellen wir hier nochmal eben die Produktion um. Dann gehen wir hier nämlich auf Holzstamm raus. Dann wird erstmal hier nichts mehr abgefällt. Ich weiß auch nicht, was die für einen Umkreis haben. Dann bleiben wir bei 50% Brennholz. Wir können ja mal, wir können ja 10% Stöcke, ne? Dann können wir nebenbei noch ein paar Stöcke sammeln. Und da machen wir vielleicht mal so 10%, warte mal, das ist immer derjenige, 20%, nee, machen wir 10% Bretter. Das ist so nach und nach Bretter produziert, oder? Werden die glücklicher, wenn man die Gesamtarbeitsintensität runterstellt? Oder tut das auch nichts zur Sache? Warum gibt es das dann? Ausprobieren. Wer ist da nochmal drin? Lambert, lass uns mal gucken. Lambert ist jetzt bei 11%. Wir merken uns das jetzt. Ich habe seine Arbeitsintensität auf 80% eingestellt. Wollen wir mal gucken, ob er jetzt glücklicher wird. Einfach nur so, er ist unser Test. Unser Test-NPC. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Quercus ist streamt aus der Mod-Grotte. Wie eine eigene Grotte, womöglich noch mit Wasser und allem drum und dran. No. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass da nichts drin ist in den Produktionsdingern, ne? Ja, okay. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Das ist der Holzschuppen 1. 10 Brunnen. Unser Brunnen. Na ja, gut. Aber das sehen wir. Ups. Hi. Mann, warum drücke ich immer auf den falschen Knopf? So, wieder zurück. Ich wusste gar nicht. Ey, das ist normal. Ich bin immer nur erstaunt, dass mein PC sowas kann. Oder mein Keyboard sowas kann. Ich bin nur froh, dass du dich da ein bisschen um die Felder kümmerst, weil irgendwie steige ich da überhaupt nicht durch. Wenn ich diese Verwaltung in den Feldern sehe, ist das irgendwie, ups. Ja, um die habe ich mich bis jetzt auch immer gedrückt. Mach das dann noch von Hand. Also, okay. So, wir haben fünf Hühner, drei Schweine. Die Hühner sind auf jeden Fall essbares, sieht immer noch verdammt gut aus. Wasser könnte schon wieder knappig werden. Da müssen wir irgendwann jemanden für einen Brunnen haben. Und das Brennmaterial natürlich, ne? Aber das wird hoffentlich ab dem nächsten Tag besser. Dann gucke ich mal eben nach leeren Eimern. Ne, die sind im Nahrungsmittellager drin? Ne, ne? Da müssten im Materiallager drin sein. Eimer mit Wasser, logisch. Da müssten hier die leeren Eimer drin sein. Jo, da sind sie. Dann fülle ich die noch einmal auf, damit sich keiner beschweren kann, ob sie zu wenig Wasser haben. 18 Eimer Wasser. Ob ich die tragen kann? Ich wage es zu bezweifeln, aber wir werden es sehen. Die sind ziemlich schwer. Ja, mal gucken, wenn ich da nicht mehr laufen kann, rufe ich um Hilfe. Ich gucke gerade, oh oh. Kann sein, dass ich gleich mal eben aufhören muss, weil sonst kann ich wirklich nicht mehr laufen. Und dann helfe ich ja auch niemandem mehr. Okay, lass uns mal kurz... Hallo, Spiel. Danke. Weil sonst kann ich wirklich da nicht mehr laufen. Ich gucke die anderen noch mal eben. Wenn die Lebensbedingungen schlecht sind, kannst du die Arbeitszeit senken, um die Bürger zu halten. Noch mache ich mir keine Gedanken, dass die abhauen. Aber hallo, Lebensbedingungen? Ich finde, unsere Lebensbedingungen sind hervorragend. Kann sein, dass sie vielleicht deswegen auch die Laune runtergegangen ist, weil wir Brennheulzprobleme hatten jetzt zwischendurch. Ich renne... Da, Nahrungs... Wir brauchen irgendwie Schilder oder sowas, damit ich weiß, wo ich mal hin muss. So, einmal mit Wasser. Das Fleisch kann auch hier rein. Gebratenes Fischfilet, gebratenes Fleisch. Wasser habe ich auch immer noch. Vielleicht nochmal was zu essen mitnehmen. Vielleicht machen wir das so, wenn wir ganz viel von dem Zeugs haben, obwohl wir brauchen auch was für die Leute. Aber bevor es... Also wenn es unter 50% geht, sollten wir es verkaufen. Weil ich glaube, aus dem Verdorbenen bringt das nicht ganz so viel, dumm zu machen, wie jetzt vielleicht wie aus dem Schweinepups. Und Fischfilet war, glaube ich, richtig gut zum Verkaufen. Das sollten wir dann, glaube ich, lieber verkaufen. Einen Eselstall. Können wir schon? Ja. Cool. Was machen wir mit Eseln? Züchten und Verkaufen oder was? Egal. Egal? Ja, das stimmt eigentlich. Hauptsache der Esel. Verdammt, jetzt wollte ich mal einmal die vernünftige Stimme hier sein. Du hast recht, ich will Esel haben. Ich habe auch schon welche gesehen, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo die gewesen sind. Ich auch nicht. Das ist super. Das heißt, wir können wieder von Dorf zu Dorf rennen. Einmal die Stimme der Vernunft sein. Oh, Eselstall. Ja, cool. Warte, was brauchen wir dafür? Gebäude. Das ist Tierhaltung. Eselstall. Okay. Ja, machen wir am besten da hinten, wo die anderen Tierställe sind. Wie sieht es mit deinem Wildschweinangriffs-Gesundheitsbarometer aus? Musst du schlafen? Wäre nicht schlecht. Ich bin auf ein Drittel. Ja gut, ist sowieso kalt. Dann lass uns eben schlafen. Du bist... Ja, okay. Ich bin im richtigen Haus. Ich muss nur gucken, wie er heißt. Salami. Nein. Nicht Ficken-Salami. Nee, ich kann mir vorstellen, dass man die zum Transport vielleicht nehmen kann oder sowas, ne? Esel sind nicht wirklich zum Reiten gedacht, wobei Pferde sollte man vielleicht auch nicht unbedingt reiten, aber Esel sind noch weniger... Die sind zwar, wurden immer gerne genommen für große Lasten, aber sie sind nicht dafür gedacht, dass man sich auf ihren Rücken setzt. Nee, für den König habe ich noch keine Quests erledigt. Ähm, Eselstall. Da ist der Schweinestall. Der Esel vielleicht ein bisschen dichter hier ran. Lass mal eben ganz kurz gucken, wie viele Bäume stehen hier. Hier würde eigentlich super... Das ist wie eine kleine Weide. Wobei, dann sollte man vielleicht die Pferde... Ah, warte mal. Wir werden ja noch Pferde haben und Gänse werden wir auch noch haben. Ich würde das ganz gerne irgendwann so ein bisschen... Wenn wir so alle unsere Ställe hier irgendwo verteilt haben, dann würde ich das ganz gerne so ein bisschen durch Zäune schützen. So ein bisschen so... Also, ob man es so braucht oder nicht, aber ich brauche sowas immer für die Immersion, damit es ein bisschen mehr danach aussieht. Na, ihr Süßen! Oh! Wieso sitzen denn die Küken schon auf Eiern? Oh, haben wir schon Eierrezepte freigeschaltet in der Technik? Weißt du das? Technologie? Ähm, ich glaube nicht. Ah, ähm. Wieso ist denn... Ich denke mal, das ist Essen, aber das ist kein Essen. Küche, da ist die Küche. Wir wollten ja was für die Eier machen. Doch, Rühreier haben wir tatsächlich schon. Das heißt, wir sollten dann vielleicht auch mal anfangen, in der Produktion auf Eier zu setzen, ne? Ähm, wo ist die Küche? Äh, du, 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 du. Puh, verbrauchsgut, Priorität. Ach, hier kann man einstellen, was die essen dürfen. Haha. Das macht bestimmt auch glücklich, ne? Kann ich mir gut vorstellen. saure Milch. Interessant. Oh, und hier sind die Werte drin. Oh, das ist ja richtig gut. Hier sind die Werte drin. Aber das zählt, glaube ich, nur für Dinge, die wir wirklich im Inventar haben. Fladenbrot mit Zwiebeln ist angeblich 217 wert. Das essen die auf keinen Fall. Äh, 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 das ist doch nicht der Verkaufswert, ist das der Verkaufswert? 84 gebratenes Fleisch, 1176. Aber das ist ja der Einkaufswert. Meinst du? Aber warum steht das denn da drin? Ich hab sonst immer, hab sonst immer deutlich weniger gekriegt. Hm, okay. Also ich will ihnen ja nicht grundsätzlich alles verbieten, aber wie gesagt, ne, also die müssen jetzt hier nicht die teuersten Gerichte, die werde ich ja auch nicht essen. Ne, ich esse auch mal das gebratene Fleisch. Nur heimlich. Ne, nein, auch nicht heimlich. Isst du etwa heimlich die guten Sachen? Hm, äh, wo unterfällt denn das? Mann, die hat ja eine Produktion. Küche, da ist die Küche. So, Produktion in der Küche. Gebratenes Fleisch, gebratenes Fischfilet, Kohlsuppe, Pilzsuppe, Fladenbrot mit Zwiebeln. Das ist richtig gut. Ähm, dann werden wir jetzt mal was runtersetzen. Wir haben sehr viel gebratenes Fleisch. Dann nehme ich das mal runter. Und dann lasst uns mal Rühreier herstellen. Dann machen wir mal 20% auf Rühreier. So, okay. Dann, dass wir die endlich auch verbrauchen. Gut. Ah, Schweinies! Ähm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Die Schweine rennen hier bis hierhin auch so ein bisschen rum, ne? Tja, dann die Esel vielleicht da. Und nachher der Pferdestall da. Auch eine Idee, ne? So, wenn das jetzt hier, die Scheune. Könnte mal machen. Hier wachsen auch nicht so viele Bäume. Ist nicht so schlimm. Ähm, bauen. Und zwar Gebäude, Tierhaltung, Eselstall. Dann würde ich den jetzt hier einfach so... Warte, da ist der Schweinestall. Warum nicht, ne? So. Hallo, Schweinchen. Äh... Ja, oder? Oder? Ja, die Schweine sollen ja auch noch ein bisschen Ausbreitungsmöglichkeiten haben. Das ist, glaube ich, okay. Dann könnte man praktisch von da... Dann sollten wir auch langsam mal Wege anlegen, dass das so ein bisschen geordneter aussieht. Steine sammeln. Warte mal, was ist denn da oben? Was fehlt denn denn jetzt schon wieder? Also hier fehlt natürlich ein Arbeiter, ne? Da suchen wir Holzfäller im Wald. Holzfällerhütte im Wald haben wir jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen MPC. Weiblich. Und mit, ähm... Bergarbeiter. Und alles, was wir dann noch brauchen, ähm... Wäre tatsächlich... Ähm... Neues Haus. Die Näherei, da fehlen, glaube ich, Dinge. Kein Material. Was fehlt ihr denn? Was brauchen die denn dafür? Warte mal. Ähm... Ach, wahrscheinlich... Trinkschlauch, Pelzschuhe... Fehlt Pelz, ne? Und Leder? Warte. Ach so, Strohhut. Hm, nehmen wir raus. Weil wir momentan keinen Flachs mehr haben. Ne, kann sie nicht produzieren. Kann sie auch nicht. Und kleine Rucksäcke brauchen wir ja nicht für uns. Äh, wir müssen eher zusehen, dass wir für Quercus einen großen Rucksack bekommen. Ich lasse es mal. Sie ist sowieso schwanger. Ich lasse es mal bei 60%. Das wird gut sein. So, okay. Ähm... So, Eselstall. Oh, Werkstatt 2. Was heißt das? Was heißt... Ich bin gleich neugierig. Gleich gucken. Gerade erst wieder... Werkstatt 2. Was bedeutet das? Bedeutet... Wir müssen sie ja nicht sofort bauen. Wäre natürlich ganz cool. Geräumiger und stabiler gebaut als seine Vorgängerversion. Man könnte natürlich auch sicherlich dann die alten Sachen dann abreißen und einfach die Zweiervarianten hinstellen, ne? Ja. Mittlerer Weidenkorb. Ton, Schale, Ton... Jetzt können wir Tonsachen herstellen. Das heißt, wir brauchen unbedingt jemanden, der uns wieder Ton abbaut. Vor allen Dingen können wir dann auch mal ein paar nette Goodies, so Tonvase mit Blumen drin herstellen, als Dekoration. Dann werden die Leute vielleicht auch wieder ein bisschen besser drauf sein. Meine Mutter fand das früher immer auch ganz toll, wenn ich mit Löwenzahn angekommen bin, was ich dann in so eine kleine, im Kindergarten selbst geformte Tonvase stellen konnte. Schwanger! Ja, ja, Ratti, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du nachher bist. Jetzt willkommen. Wir sind alle schwanger. Wir sind fast alle schwanger. Nicht alle, aber auch fast alle. Ja, ich glaube, die Tonsachen bringen schon ein bisschen mehr. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob wir die Werkstatt einfach abreißen und eine neue bauen. Oder können wir das vielleicht noch gar nicht? Aber ich denke mal, schon vom Material her müssten wir... Oder gibt es da irgendwas Exotisches bei den fortgeschrittenen Gebäuden, was wir noch nicht haben? Ich gucke gleich mal. Ich gucke auch gleich mal, ob ich den Perk dafür habe. Man kann ja, glaube ich, was freischalten, dass man auch mehr Material zurückbekommt, wenn man Dinge abreißt. Wobei, momentan kommen wir ja mit der Werkstatt eins auch noch klar, ne? Es ist jetzt nicht so, dass uns irgendwie was fehlt. Im Gegenteil, es ist sogar schwierig, was einzustellen, was wir benötigen. So, 16 Holzstämme, schon nicht schlecht, ne? So, 16 Holzstämme, schon nicht schlecht, ne? So. So. Äh, oh nein! Oh, der Eselstall braucht Bretter. Okay, jetzt wird's interessant. Wer, Thread, einen wunderschönen guten Abend. Tschüss, wenn du da bist, jetzt willkommen. Ne, bloß nichts, wenn man schwanger reicht. Mir hat einmal schon gereicht. Und dann war's irgendwann zu spät. Oder ist es eigentlich? Also, ist es dann gewesen? So. Äh, Bretter. Äh. Ähm, okay. Äh. Äh. Eigentlich. Äh, gut, jetzt sind sie nicht mehr, jetzt sind sie nicht mehr eingestellt, aber, Bretter waren mal eingestellt. Warum sind die alle weg? Wir haben keine Bretter. Wie, irgendwas werden Bretter gebraucht. Ja, ich mag das schon. Da muss ich selber welche machen. Sonst kann ich den Eselstall nicht bauen. Ein fröhliches Krieg und Fiep. Äh, äh, äh. Was, das war aber nicht, nee, das ist Ahorn. Wo ist denn das hier ist, glaube ich, ein, äh, ein, ja, das ist ein Apfelbaum. Genau. Der kann aber, glaube ich, sowieso, also Plantagenbäume können zum Glück, glaube ich, sowieso nicht gefällt werden. Okay, dann muss ich mal ganz kurz selber ein paar Bretter machen, damit wir damit weiterkommen. Und dann ist die Frage, wo waren Esel, wie viel kosten sie und können wir uns die jetzt schon leisten? Weil wir haben dann ja in einem Tag müssen wir Steuern bezahlen, ne? Hatte ich schon geguckt, was wird... Dann wieder. Oh, mein, nicht erst gestern Steuern bezahlen. Ja, käme mir auch so vor, ne? Aber was willst du machen? Also sie sind halt raffgierig. 1213,5 Steuern haben wir. Und es werden noch mehr. Vielleicht sollten wir erst im Frühjahr neue Arbeiter einstellen. Damit wir nicht noch mehr bezahlen müssen. So, Lambert, rutsch mal. Warte mal, geht's Lambert denn jetzt schon besser? Einmal ganz kurz gucken, Lambert. Ne, das ist immer noch bei 11%. Er ist trotzdem unglücklich. Okay, rutsch mal. Ich muss mal ein paar Bretter machen hier. Sonst kriegen wir keine Esel. Okay. Steuern, da verschwinde ich lieber. Alles klar, sieh, wo bist nachher. Verstehe ich. Verstehe ich. Bis dahin haben wir bestimmt Frühling. Bis du wieder da bist. So, okay. Gut. Jetzt kann er weitermachen. Ich hoffe, das macht er auch gleich. Geht einiges rein. Das sieht so aus, als wären noch vier Bretter dann fehlen würden, ne? Ja, vier Stück. Brauchen wir von oben noch Baumstämme? Ja, Baumstämme brauchen wir auch noch. Okay, ich gehe Bäume fällen. Oh, kalt, 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 kalt. Ah, siehste, ich habe seit Ewigkeiten, weil wir das letzte einmal hatten. Dann kann ich ja die Power des Chats benutzen, weil die ja immer so vieles wissen. Was ist ein Strohhimmeli? Ist keine Quizfrage. Es ist eine Frage, ob jemand weiß, was das ist und mir das erklären kann. Es ist eine Dekoration hier in Medieval Dynasty. Ist das sowas wie ein Traumfänger im Mittelalter oder sowas? Kann ich ganz kurz gucken. Wo war das noch? Ich habe keine Ahnung mehr, wo es war. Es war irgendwas Dekoratives, wo ich nichts mit anfangen kann. Da ist es. Strohhimmeli. Guck mal. Das sieht aus wie so ein Schlüsselanhänger. Wer will für mich einen Kuchen backen? Morgen ist Kindergeburtstag und ich kann mich gerade überhaupt nicht aufraffen. Ich passe. Ich darf es auch eine Backmischung sein. Obwohl so ein Sandkuchen oder so ein schneller Schokoladenkuchen geht eigentlich immer. Ich mache dann meistens immer so einen, wir nennen es immer Darth Vader Kuchen, weil ich so eine Darth Vader Gussform habe. Da mache ich dann immer einen saftigen Schokokuchen rein und das ist dann vollkommen in Ordnung. Der ist ganz schnell zusammengeklatscht. Also wirklich jetzt auch ohne Backmischung. Aber ich kann auch verstehen, dass man da keine Lust drauf hat. Vor allen Dingen dann noch abends. Obwohl, wenn du uns mit in die Küche nimmst, dann begleite ich dich sehr gerne dabei. Ich sage, das machst du ganz toll. Hilft das? Kann ich Motivation machen oder sowas? Und jetzt den Mixer. Und rühren, und rühren, und rühren. Nö, Kind hat sich ein Tausend eine Nachttorte gewünscht. Oh, was? Das heißt so richtig mit Creme und allem drum und dran und Verzierung und all sowas? Okay. Da beneide ich dich jetzt nicht drum. Was war das gerade? Ich habe irgendeine Quest abgeschlossen. Oh, hast du die Dings abgegeben? Die rote Beete oder sowas? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ich habe ihn nur angequatscht. Weil ich eigentlich von ihm was kaufen wollte. Oh oh. Hast du unsere gute rote Beete hergegeben? Ne, was war denn das? Ich hatte ja gar keine dabei. War das nicht? Hatten wir die nicht abgegeben und dann mussten wir irgendwie noch eine Jahreszeit warten? Ja, genau, genau, genau. Das war's. Du hast sie schon abgegeben. Alles gut. Hat alles in der Richtigkeit. Du hattest sie schon abgegeben und du musst nur noch einmal mit ihm reden. Oh, du kleines Süßes. Ich habe die so. Oh, ist doch viel zu kalt. Geh rein. Können wir nicht Pulli stricken für die kleinen Schweinchen? Die frieren auch voll. Könnt ihr klappen mit der Motivation? Okay. Dann wir ziehen das jetzt durch. Wir backen jetzt alle eine Tausend- und eine Nachttorte. Wir ziehen das jetzt voll durch. Und wir müssen jetzt alle BWF The Red Eimer richtig schön anfeuern. Go, go, go. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Genau, genau so. So möchte ich das sehen. Jetzt alle mal schön, wie wir auf dem Lott anfeuern. So ist die Arbeitszeit gleich zu Ende. Dann muss ich ihn da nicht wegjagen. Wann enden die überhaupt? So. Ja, Schokokuchen mit Honigsahnefüllung und Monddeko. Marzipan und sowas auch noch. Oh, okay. Ja, ich kenne das. Ich habe auch mal so eine Torte gehabt als Kind. Die habe ich dann, glaube ich, einmal zum Geburtstag oder zweimal zum Geburtstag gekriegt. Aber die war auch sehr aufwendig. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie meine, ich kann sie mal fragen, wenn meine Mama das geschafft hat, dass sie mir die nicht mehr machen musste. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, das ist, ich finde das, ich finde das ganz toll. Hut ab davor. Aber wenn ich mir vorstelle, was Mamas alles so nebenbei immer noch machen und schaffen müssen, riecht das schon ganz schön knackig. Das wissen die Kinder aber auch gar nicht. Man macht es eigentlich auch gerne, aber andererseits ist es auch sehr aufwendig. Und man ist dann irgendwann erst nachts um zwölf fertig. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder Holzstämme, die ich nicht habe. Also ich hole mir jetzt einfach... Brauchen wir nur noch einen? Weiß ich nicht. Ich kann... Nee, 64 brauchen, glaube ich, noch ein paar. Dann packe ich die restlichen Bretter mal eben da rein und hole mir Holzstämme raus. Finde ich ganz toll, bewerbte, dass du das machst. Ein Hoch auf dich. Äh, Holzstämme. Hier, mal gucken, ob das reicht. 64 Prozent war da, glaube ich, gerade eben, ne? Adoption wegen Kuchen kriegen wir nicht durch. Einmal. Zweimal. Ah, könnte es doch reichen. Vier Stück. Zack. Jo, fertig. Eselstall ist fertig. Aber wir brauchen jetzt auch schon wieder Tierfutter. Ja. Weißt du was? Ich suche mal jetzt eben die wertvollsten Sachen zusammen, die wir haben. Ähm. Ich dachte gerade, bei deiner Frau setzen wehen ein. Aber sie hat, glaube ich, gesungen. Ähm. Und zwar. Fischfilet war, glaube ich, sehr gut zu verkaufen. Weil wir brauchen jetzt, ich kaufe jetzt erstmal Tierfutter. Wir haben einfach noch zu wenig an Getreide, dass wir das alles selber herstellen können. Dann würde ich sagen, nehmen wir Fischfilet. Gebratenes Fischfilet. Ähm. Gesalzenes, das weiß ich jetzt gar nicht. Was war jetzt, das war dieses Fladenbrot, ne? Irgendwas mit Fladenbrot. Fladenbrot mit Zwiebeln haben wir zehn Stück. Wow. Hier steht ganz anderer Preis drin. Ich glaube, das Spiel hat gelogen. Pilzsuppe 12. Pilzsuppe 12. Was macht denn dann Zwiebeln? Was macht denn dann die Kohlsuppe? Die war doch, glaube ich, auch so gut, oder? Oh, ich glaube, die Kohlsuppe essen unsere Bewohner. Oh. Gesalzenes Fischfilet 22. Getrocknetes Fischfilet. Ja, komm, das sind Sachen, die wir verkaufen. Die können gebratenes Fleisch essen wir dann nochmal. So. Ich gehe nochmal eben ganz schnell den Händler aufsuchen und dann kaufe ich noch Tierfutter. Und dann ist sowieso gleich, diese Nacht ist die letzte Winternacht, dann ist Frühjahr, dann können wir die Steuern schnell bezahlen und dann sehen wir zu, dass wir Esel kriegen. Oder als nächstes können wir den Gänsestall freischalten, das ist richtig gut. Ich will für Fadi versuchen, eine Mozartkugeltorte zum Geburtstag zu backen, das sieht auch furchtbar aus. Aber du meinst nicht die Torte, du meinst das Ganze drumherum oder sowas, ne? Aber auch ist Leo und die geht durch den Magen. Ich habe jetzt das erste Mal vegane Mozartkugeln, also die Original-Mozartkugeln, die gibt es auch in den veganen und die schmecken auch voll lecker. Aber momentan habe ich es mit Marzipankartoffeln. Ich habe da welche gefunden, die auch nicht so süß sind. Noch nicht ins Bett gehen, warte, ich will was verkaufen. Wo bist du? Stopp! Oh Gott! Bist du's? Ja. Äh, zeig mir deine Ware. Voll Überfall. Überfall. So, pass auf. Ähm, 6,5, das ist viel zu wenig. 57, naja, das hält sich in Grenzen. Das lohnt sich fast nicht. Äh, hattest du nicht auch Tierfutter? Ich glaube, du hattest auch Tierfutter, du warst so nie sehr super. Brauchen wir noch, ähm, wir brauchen wahrscheinlich wieder Dünger, ne? Nicht so schlimm wie sonst. Also nicht keine großen Mengen kaufen. Ah, wobei, nö, nö, lass mal Dünger. Dünger brauchen wir nicht? Ich glaube, das kriegen wir... Selber hin? Also, ja. Das wäre bezaubernd. Wenn, dann sind es nur geringe Mengen, die kann ich dann auch nachkaufen. Okay, gut. Die Birne verkaufe ich nicht, die muss ich irgendwann essen, weil die hat Gerald mir geschenkt. Habe ich sonst so irgendeinen Krams? Irgendwelche leeren Sachen? Ich habe einen Strohut im Inventar. Ach, den habe ich gefunden, ne? Der ist aber, glaube ich, im Sommer ganz gut. Okay, das war's, dankeschön. Ähm, gut. Dann habe ich auf jeden Fall Tierfutter. Das muss ich aber eventuell aufteilen, weil noch haben wir keine Esel. Aber wir haben eben halt Küken und Schweinies, die wir schön durchbringen müssen. Also gucke ich erst mal, wie viele die noch haben. Schritt 1 ist geschafft. Ich bin in der Küche. Sehr gut. Weiter so. Ich glaube an dich, ich bin bei der Thread. Gut. Das Mord ist ein wunderschönen. Guten Abend. Schön, dass du da bist jetzt willkommen. Hallo. Doch die Torte, furchtbar nervig und vielschichtig. Ich heiße doch backen. Aber umso mehr wissen die Leute das, glaube ich, zu schätzen. Also ich finde das ganz toll, wenn man sich die Mühe macht. Ähm. Ich bin aber auch ein Mensch, der sagen würde, mach dir die Mühe nicht für mich. Klingt blöd, oder? Achso, ich wollte gucken, wie viel Tierfutter die anderen noch haben. Ich hasse backen auch, deswegen mache ich es nicht. Bin inzwischen sogar richtig schlecht drin. Schweinchen, lass mich mal durch. Lass mich durch. Ich will doch gucken, wie viel Futter ihr noch habt. 50% haben die noch. Ähm, okay. Und die Kükis? 40%. Ich will mal eben gucken, wie viel eine Tierfuttereinheit macht. Ähm. Tierfutter. Wenn ich jetzt, ich habe 10 im Inventar. Wenn ich jetzt 9 davon ablege. So, bestätigen. Und jetzt wieder auffülle. 43%. Okay, das ist echt nicht viel. Dann lasse ich mal, ich lasse mal 6 Stück hier noch im Sack drin. Und jetzt fülle ich mal bei den Eseln auf, die wir noch nicht haben. Dann haben wir aber immer noch für die anderen genügend. 6%? 6%? Ja, 6%. Wow. Das ist nicht viel. Aber wir haben eine Truhe hier drin. Okay, was brauchen wir? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ist denn... Da können 4 Esel passen da rein. Hier werden deine Esel gehalten. Da steht aber auch sonst nichts weiter dabei, ne? Steht keine Bezeichnung, was sie machen, was es bedeutet. Interessant. Oh, warte, was fehlt da? Was ist passiert? Die Waage hat keine Batterie mehr. Oh nein, Drama. Was? Bewerb auf The Reds. Waage hat keine Batterie mehr. Was brauchst du? Ich habe dreifach A, ich habe Doppel A. Was brauchst du? Ich schiebe sie rüber. Oder wir machen nach Augenmaß. Funktioniert bestimmt super. Okay, wir können was trinken. Uns geht nicht so gut. Was ist mit der Werkstatt schon wieder? Da fehlt was. Warte, wie war das nochmal? Details anzeigen. Kein Material. Was fehlt denn Gusi mir? Lass mal gucken. Er kann keine Weidenkörbe mehr herstellen. Das heißt, wir nehmen die Weidenkörbe raus. Holzschalen brauchen wir für Suppe. Teller sind pausiert. Nee, Teller nehmen wir mal wieder mit rein. Weil Teller brauchen... Brauchen wir auch Teller? Holzschalen. Für irgendwas... Wir brauchen Fiolen für Tränke und... Aber Holz. Teller war auch für irgendwas. Warte mal, lass uns mal eben in die Küche gucken. Küche... Produktion... Fürs Fischfilet brauchen wir nur Fischfilet. Für die Kohlsuppe brauchen wir Holzschalen. Für die Pilzsuppe auch. Für die Rühreier brauchen wir auch Holzschalen. Oh, für Fladenbrot mit Zwiebeln brauchen wir die Wassereimer. Deswegen gehen die so schnell weg gerade. Fleisch. Nö, warte. Salzfleisch. Gesalzenes Salzfleisch. Eintopf pausiert. Holzschale. Ah, für Fleisch mit Soße. Brauchen wir Holzteller. Okay, also brauchen wir Holzteller. Das ist gut zu wissen. Ja, ist ja gut jetzt. Kriegst gleich einen Wodka. Das heißt, Holzteller ist okay. Machen wir auf 10... Machen wir auf... Auf 15. Und dann machen wir die hölzernen Fiolen nochmal hoch. Weil wir hatten doch jetzt jemanden in der Kräuterhütte, glaube ich, ne? Wir wollten zumindest jemanden reinsetzen. Okay. Lass mal gucken. Haben wir jemanden in der Kräuterhütte? Ja, haben wir. Wir haben jemanden in der Kräuterhütte. Okay. Gut. Ähm... Okay, gut. Ähm... Dann warten wir mal den nächsten Tag ab. Und wir steuern dann einmal abbezahlen. Dass wir dann gucken können, ob wir uns einen Esel leisten können. Ich versuche mal eben, ob ich noch rüberkomme. Ich brauche etwas Wasser. Oh, ja, ist ja gut. Dann spring rein. So, trinken wir erstmal eben was. Dann sind wir auch gleich wieder sauber. Es ist immer schön, das eigene Dreckwasser zu trinken. Jetzt ist mir natürlich kalt. Ich gucke nochmal eben, ob wir hier vielleicht noch eine weibliche Person haben, die Bergarbeit kann. Ne, hier sitzen nur zwei Männer. Jotrowui und... Keine Ahnung. Zwei. Zwei. Ja, toll. Wäre natürlich eine Dreierfrau, ne? Wäre jetzt echt ein Traum. Wie spät haben wir es? 22.30 Uhr, dann fallen wir sowieso gleich in Ohnmacht und wachen wieder zu Hause auf. Ähm, ja. Momentan können wir aber auch sonst... Also ich kann jetzt gerade nichts mehr machen. Wir warten jetzt einfach den Frühling ab, ne? Weil wir auch vorher kein Geld ausgeben. Boah, was ist los? Willem, einen wunderschönen guten Abend. Schönes Abend, selbst Willkommen. Ratty gleich hier. Ratty hat ein Sternchen. Erkenne ich das daran, dass das Tier 2 ist? Ich glaube, ja. Ha! Ich habe etwas, woran ich euch erkennen kann. Special. Glaube ich jedenfalls, dass es das heißt. Weil ich habe letztendlich gesehen, dass es sogar... Ich habe sogar zwei Leute, die auf Tier 2 abonniert haben. Und Ratty hat sich geoutet. Und Ratty hat sich geoutet. Ich finde, das noch raus, wer so ist. Willem, einen wunderschönen guten Abend. Schönes, du darfst. Ich bin getarnt. Ich bin getarnt. Ach was? Aber von dir weiß ich, dass du vorab... Du hattest im Voraus jetzt abonniert. Das habe ich gesehen. Du kannst dich gar nicht tarnen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich bis zum nächsten Tag machen soll. Warte, haben wir nur irgendwas? Ich will endlich neue Technologien kaufen. Dass wir neue Dinge herstellen können. Und ich will Esel kaufen. Und ich will Gänse haben. Gänse sind auch voll süß. Überlegen, gehen wir shoppen. Ja. Obwohl, naja, bei mir ist dann schon wieder, wenn ich jetzt gleich die Steuern bezahle. Aber dann können wir vielleicht endlich mal drauf gucken, dass wir Dinge verkaufen. Sowieso, was wir alles herstellen. Na, Weidenkörb. Nee, lass uns erst mal gucken, was wir an den Wänden haben. Also an den Quest-Tafeln haben. Ich glaube ja, aber wie Loretta sagt, bei ihm sieht man es nicht. Fehlt also der Vergleichswert. Doch, ich glaube, das ist es. Warte mal, ich klicke mal kurz raus. Heißt das das? Ja. Das Sternchen heißt das. Oh, du heißt ein Sternchen. Stell dich in die Kälte, dann hast du schnell Gänsehaut. Und ich will eine richtige Gänsehaut. Ich will nicht nur Gänsehaut. Und Esel. Lass mal gucken. Wir haben auch schon wieder in Skowky und in Astoria hätten wir schon wieder Quests. Na dann. Die holen wir uns am nächsten Tag, glaube ich. Und dann können wir nämlich auch gleich gucken, ob in einem von den beiden Esel sind. Ich bringe die mal durcheinander. Ich glaube, in Astoria kann man Schafe kaufen. Daran erinnere ich mich, glaube ich, noch. Weil Astoria war dieses Fischerdörfchen. Und ich glaube, da kann man Schafe kaufen. Und was konnte man dann noch kaufen? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ah. Frühling! Juhu! Erstgeborener. Einen Erben haben. Bist du Papa geworden? Ja. Oh, herzlichen Glückwunsch! Ich will mal eine Zigarre. Eine Tochter. Oh, darfst du den Namen selber aussuchen? Oder macht das deine Frau? Nö. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Zu Hause? Oh! Ich bin Tante geworden! Oh! Oh, ihre Stimmung geht voll nach oben. Das ändert sich, wenn die Kinder älter werden. Take care! Huch! Oh, ist das süß! Warte mal, da muss sie doch jetzt auch in der Verwaltung drin sein, oder? Frieda! Oh mein Gott, das ist ja mal ein süßer Name. Frieda! Könntest du da irgendwas dran machen? Also ich meine... Ich hatte eine ewig lange Liste an Namen. Also du kannst dann wirklich einen Namen aussuchen. Oh, guck mal, Henrika ist richtig gut drauf. Die hat 30 Prozent. Als erstes müssen wir Henrika irgendwas Schönes kaufen. Wir müssen Henrika irgendwas Schönes kaufen. Die hat gerade ein Kind zur Welt gebracht. Aber erst mal bezahle ich Steuern. Und dann können wir ihr vielleicht noch eine Kleinigkeit... Vielleicht eine Strohpuppe oder sowas. Eine selbstgemachte. Oh, wir haben Nachwuchs gekriegt. Ich bin Tante geworden. Juhu! Juhu! Ach, gehen wir mal Steuern bezahlen. Das ist an den... Wie heißt der? An den Kassel Lahn, ne? Müssen wir, glaube ich, die Steuern bezahlen. Oder der, der immer oben auf dem Wehrgang langläuft. Ja, ich glaube, ja. Ich geh mal gucken. Genau, da macht er auch, glaube ich, nichts anderes. Der rennt immer nur oben rum, ne? Okay, da ist er nicht. Vielleicht ist er noch nicht seit einer Zeit. Der wird ja auch hier nicht hier oben schlafen, ne? Kriegen wir es als Quest angezeigt, dass wir unsere Steuern bezahlen müssen? Nö, tun wir nicht. Doch, Steuern zahlen. Da ist es. Irgendwann schon. Quest verfolgen, dann sehe ich ja gleich, wo er ist. Ist er auf der Karte? Ja, da sieht man es natürlich nicht. Er bewegt sich aber auch noch nicht. Ich glaube, der ist noch irgendwo drin oder so. Ich renne mal Richtung... Wenn der jetzt auf der anderen Seite da oben ist, ne? Ach, natürlich rennt er da oben rum. Warte, ich schneide den Weg ab. Ganz viel Beglückwünschung. Ihr kriegt alle Zigarren oder was macht man heutzutage? Weiß ich nicht, Zigarren sind ja nicht zeitgemäß. Das ist auch nur so ein Klischee, glaube ich. Frieda, so hieß meine Oma. Frieda ist irgendwie ein bisschen Zigarname. Vor allem mit Y. Meine auch. Aber ohne Y. Oh. Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu zahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Wunderbar. Steuern gezahlt. Haha. Ich mache ihr einen Kuchen. Oh, das ist süß, Bewehrthread. Frieda kriegt einen Kuchen von Bewehrthread. So, okay. Jetzt haben wir aber erst mal wieder ein Jahr Ruhe, was Steuern anbelangt. Das heißt, wir können jetzt alles andere im Kopf hauen. Boah. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr als 1.000. Ich glaube, Frieda galt schon als steuerfähige Person. Ich habe nur noch 177. Okay. Wir hauen jetzt das ganze Geld auf den Kopf. Jo. Ich nehme mal eben hier an der Tafel, ich gucke mir mal eben die Quests an. Und dann habe ich ja noch eine Quest, die ich abliefern muss. Dann muss ich noch ein Holzhammer und eine Steinaxt für abgeben. Und in der Steuer ist noch eine neue Quest. Ich glaube, da gibt es ein paar Dienste. Brücke ist Liebe, Brücke ist Leben, was? Vier Holzstärme an Derwan, 13 Münzen, aber 110 Dynastie-Reputation. Es ist eigentlich fast, lohnt sich das schon gar nicht mehr. Wir haben inzwischen schon einen Wert über 2.000, aber naja, es läppert sich halt. 6 Münzen, wir kriegen jetzt gar nichts mehr für den Scheiß. Entschuldigung. Ich mache es mit der Löffeltabelle, geht auch. Oh ja, sehr gut. Dünge oder Werdegedünge? Nee. Obwohl er verdorben ist, haben wir vielleicht sogar noch in der Kiste. Er hustete und prustete und prustete. Was ist das? Stroh, Stock, Holzstämme an Siabora. Der Wind hat meinen Schweinestall beschädigt. Nun fürchte ich, dass er mit den nächsten kräftigeren Böe ganz einstürzen könnte. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, ihn in Zukunft aus stabilerem Materialien als Stroh und Stöcken zu bauen. Das Eintopffest rechnet fest mit dir. Karotte und Fleisch. Wir haben keine Karotten. Nicht? Nee, ich glaube, haben wir noch nicht. War noch nichts, was wir... Ich glaube, Karotten waren im Frühjahr und wir hatten letztes Frühjahr noch keine Möglichkeit, Karotten anzupflanzen. Hm. Und das verfällt ja in dieser Jahreszeit wieder, also brauche ich die gar nicht anzunehmen. Also was wir machen könnten, wären die vier Holzstämme. Die kann ich annehmen. Die kann ich auch gleich machen, die Quest. Drei kleine Weidenkörbe, ja, haben wir halt. Na, können wir auch machen. Sechs Münzen ist einfach so lächerlich. Also Eintopf können wir vergessen. Das ist mir fast schon... Oh Mann. Zwei Holzstämme, ja, das haben wir auch razzi-fazzi zusammen. Komm, mache ich mal eben. Das ist ein Quest, die können wir an einem Tag machen. Verdorbenes weiß ich gar nicht, ob wir Verdorbenes im Inventar haben. Ich hole mal eben die Baumstämme, das müssten sechs Stück sein. Das heißt, ich muss erst mal aus dem Dorf rausrennen, um Baumstämme zu machen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wenn ein Bewerfthread eine ganze Torte schafft, schaffe ich das auch. Kann ich diesen Baum nehmen? Ja, perfekt. Komm, das müssten schon fast mehr als vier Stämme sein, aber es bleiben trotzdem vier, ne? Ja, egal, wie riesig sie sind. Aber auch egal, wie klein sie sind. Ja, gut, das stimmt. Man könnte auch eine Babybirke fällen und es kämen trotzdem zwei raus. Das stimmt. Das waren die Holzstämme. Die müssten jetzt auf jeden Fall komplett sein. Das waren zwei und hier waren es vier. Die haben mehr Stöcke. Oh, ich habe alles. Ich habe für beide Quests alles. Das ist doch super. Das heißt, wir nehmen mal eben, er hustete und postete. Oh nein, warum sind die immer? Die ist in Klonika. Warum haben die hier Quests draußen? Naja, gut, wir suchen ja sowieso noch Tiere. Und wo ist der? Okay, der ist, glaube ich, hier. Jo, der ist hier. Gott sei Dank. Ach ja, es ist der, Wahn. Habe ich hier nicht hingeguckt. Hm. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal eben einen Holzhammer, brauche ich, glaube ich, für die andere Quest und eine Steinachst. Wir brauchen, wir müssen eigentlich noch ein Haus bauen, weil wir brauchen noch einen dann. Ach, nee, das ist ja Quatsch. Vergiss es. Das ist für die Esel. Alles gut. Das ist für die Esel. Ich bin jetzt gerade an der Wahn vorbeigelaufen. Da ist er. Oh, ich bin wegen der Brückenmaterialien hier. Das ist großartig. Du machst hier keine Vorstellung oder wie viel Druck von der Gemeinschaft der Brückenliebhaber ich stehe. Ach, die Gemeinschaft der Brückenliebhaber. Sie haben sogar angedeutet, dass meine Leiche einen wunderbaren Ersatz für Baumaterialien abgeben würde. Sollte ich ihnen keine beschaffen. Ich habe in gnadenlosen Kriegen gekämpft, mit wilden Bestien und blutgünstigen Kriegern zu tun gehabt. Dennoch erinnere ich mich nicht daran, dass mir jemals ein so kalter Schauer über den Rücken gelaufen ist, wie er es tut, wenn ich mit diesen Verrückten spreche. Ja, oder die könnten ihn einbetonieren, ne? Sorge dafür, dass sie erfahren, dass ich geholfen habe und keiner Brücke je etwas antun würde. Sollang. Okay. 13 Münzen habe ich gekriegt. Yay, ich bin reich. So, dann machen wir jetzt erstmal die andere Quest. Und zwar... Wo ist die? Ich gebe mal einen Korb. Die ist auch hier. Okay, dann hole ich mal eine drei kleine Weidenkörbe. Und dann hole ich nochmal ein paar Dinge aus dem Materiallager, was wir verkaufen können, was wir sonst nicht für uns benötigen. Ich kann mal gucken, ob hier neues Frischfleisch am Lagerfeuer sitzt. Nee, doch. Doch, hier sitzt eine Frau. Oh Gott. Gott sei Dank. Bronis Lava. Aber ich kann jetzt gerade ihre Werte nicht sehen. Sie hat eine drei! Oh, Bronis Lava, du bist engagiert. Oh, es ist du wieder. Äh... In letzter Zeit, was du umkommst. Ostdeuer, braucht jemand deine Hilfe? Ja, das ist mir schon klar. Ähm... Neue Siedlung? Sicher. Großartig, wir sehen uns dort. Okay, Bronis Lava kommt. Dann kann sie gleich in das andere Haus mit einziehen. Verwaltung. Und zwar Häuser. Da, einfaches kleines Haus. Details. Irgendwas ist mit der Kräuterhütte. Ist da was explodiert? Ach nee, die könnte kaputt sein. 71,5 Prozent. Ja, ich gucke gleich mal eben. Bronis Lava. Da oben, die ist schon 30. Die sollten mal loslegen. Das ist ein Mittelalter, ist das ein Hose, Alter? Ja. Viel Spaß am Lörg. Was? Lörg? Ah ja, am Lörg. Alles klar, Ratti. Viel Spaß am Lörg. 13 Münzen, ein unglücklicher Reichtum. Ach, das summiert sich ja zusammen. Das summiert sich ja, alles gut. So, Bronis Lava. Dann kannst du nämlich gleich in die Tonhütte gesteckt werden. Grabungsschuppen. Da kommt die dann gleich rein. So, wunderbar. Dann haben wir das nämlich auch. Das heißt, wir haben schon unseren neuen Bergarbeiter-NPC. Dann brauchen wir, wenn wir uns dann doch irgendwann mal einen Esel leisten können, werden wir noch jemanden für die Tierbetreuung benötigen. Was wollte ich jetzt hier schon wieder? Verdammt. Es ist immer sofort aus den Augen, aus dem Sinn. Einmal wollte ich zur Kräuterhütte gucken, weil da ist, glaube ich, was kaputt. Äh, Reparatur. Jo, das Dach ist kaputt. So, einmal. Zweimal. So. Das sieht doch schon wieder ordentlicher aus. Okay. Genau, ich wollte ins Materiallager und gucken, was wir nicht mehr benötigen, was wir eventuell verkaufen können. Wir haben 16 Dung. Soll ich einmal Dünger draus machen? Ja, 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 bitte. Und ansonsten? Hier ist noch ein flacher Strohhut drin, ne? Also, wenn dir das zu warm wird im Sommer, kannst du den da auch rausnehmen im Materiallager. Ich habe auch einen Strohhut. Was suche ich hier noch gleich? Mann, warum ist das denn jetzt schon wieder? Was suche ich denn hier noch? Achso, ich wollte gucken, ob wir irgendwas haben, was ich verkaufen kann. Aber das brauchen wir alles. 14 kleine Weidenkörbe. Kaufen. Die Fiolen brauchen wir für Kräuterkrams. Äh, Dünger. Na, ist nicht viel. Ach, Dünger. Aber immerhin. Also, der Dung bringt schon ordentlich was. Und das ist besser, als es mal selbst zu kaufen. Ich weiß bloß nicht, wie weit du damit kommst. Äh, gibts am besten gleich zu den, zu den Bauern. In die Kiste? Mhm. Jo, mach ich rein. Dünger. Okay. Hm. Gut, dann gebe ich mal eben die Weidenkörbe ab. Und dann... Ich meine... ...kümmer ich mich mal um die Quests da in den Dörfern. Das eine ist, glaube ich, nur abgeben. Aber das muss ich erst mal wieder bauen, weil ich die Sachen schon wieder verbraucht habe. Also, der rohe Teig wurde schon mal für gut befunden. Och, Teig. Jam, 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 jam. Teigschüssel auslecken, das war auch mal so ganz großartig. Ich backe auch einfach zu wenig. Also, meine Mama hat früher sehr viel gebacken. Wir waren aber auch eine fünfköpfige Familie. Also, von daher... Da war es immer schon so ein bisschen mehr. Eigentlich backe ich gerne, aber... ...irgendwie habe ich momentan keine Motivation dafür. Ich bin hier, um dir einen Korb zu geben. Oder mehrere. Lass mich mal sehen. Ziemlich stabil, gut verarbeitet. Du wirst nicht glauben, was für schlecht gemachte Körbe die Leute vorbeibringen. Hier ist deine Belohnung. Du scheinst gut darin zu sein, deine überwältigende Bewunderung zu verbergen. Danke. Sechs Münzen sind echt viel zu wenig. Sechs Münzen sind echt viel zu wenig. So. Seabora. Boah, da muss ich ganz nach oben laufen. Aber ich würde die ganz gerne abgeben, weil was weg ist, ist weg. Und dann habe ich noch die andere Quest. Ich renne erst mal eben nach oben, nach Klonika. Dann gebe ich da die Quest ab. Werde wahrscheinlich unterwegs wieder schreien, weil ich bestimmt wieder durchs Volksgebiet renne, ohne es zu merken. Hehehe. Erstmal noch ein bisschen Stroh. Stroh, Stöcke und Holzstämme brauchst du hier. Gut, dann mache ich das zuerst, weil das ist sonst einfach nur verwirrend. Dann mache ich erst, er hustete und pustete und pustete. Renn nach oben. Das heißt, ich muss nach Klonika. Das ist hier. Ich mache mir mal eben eine Markierung. Damit ich das auch finde. Das ist nämlich da in die Richtung. Kann sein, dass ich... Reparieren kann man gar nicht, ne? Dann hole ich mir noch einen Ersatzbogen mit. Weil unterwegs kann ja auch sein, dass da Banditen sind. Und, dass die sich da wieder neu ansiedeln. Wie viel Geld habe ich jetzt? 196. Damn it. Oh, hier sind schon wieder fünf Dungen drin. Also das geht ja wie das Brezeln backen, ne? Das ist ja nicht schlecht. Ähm, ich denke, Mama, ich sollte meine Klamotten schon mal ablegen. Also zumindest einige. Messer, Speer, Federn kann hier bleiben. Die Holzstämme brauche ich. Ach, ich doofe, ich wollte doch die Weidenkörbe verkaufen. Ich kann die auch in Klonika verkaufen. Dann nehme ich die jetzt mit, verdammt. Ähm. Dann lasse ich mal einen Teil von meinen Winterklamotten, das ich mal hier an meiner Küste. Das wäre dann zum Beispiel der Google. Lass ich die Kappe noch auf? Ich glaube, ich lasse sie noch auf. Sie verbraucht sie ja momentan gar nicht. Dann lasse ich die Kappe noch auf. Wir haben ja erst Frühling. Wir wollen ja nicht übertreiben. Die Birne ist nur bei 50 Prozent. Ich glaube, die muss ich gleich essen. Ach, ich habe ja noch einen Bogen. Okay, gut. Dann renne ich jetzt nach Klonika. Ich glaube, der Baumbestand erholt sich langsam. Oh, ich muss mir was trinken. Oh, ich muss mir was trinken. Was war das denn gerade? Die Quest-Sachen im Auge behalten. Oh, was ist das? Schon wieder so ein Ereignis-Ding. Cool. Ein Fass mit Haferbier drin. Kann ich auch verkaufen. Das ist richtig gut. Die Holzschaufel kann ich hier gleich in den Grabung schuppen. Tonvasen. Oh. Da ist Ton drin. Einfach so. Und warte mal, hier ist Geld. 89 Münzen. Der Esel ist sicher. Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Aber hier lag auch einfach Ton rum. Und all sowas. Cool. Warte, die Schaufel packe ich gleich mal eben hier in den Grabung schuppen. Ach, ich nehme die jetzt einfach mit. Dann habe ich auch wieder eine Schaufel. Da müssten so viele Schaufeln jetzt im Grabung schuppen sein. Vielleicht sollte ich noch ein paar Speisemorcheln unterwegs sammeln. Für Pilzsuppe. Das müsste es doch eigentlich auch geben, oder? Ich meine, die sagen ja immer oftmals, dass sie sowas wie Pilze pflücken und sowas schlecht sind. Da müsste man doch eigentlich auch jemanden fürs Pilze pflücken haben. Oder fürs Pflanzen sammeln und sowas. Achso, nee, das ist ja was Besonderes. Klonika. Klonika. Bin gleich da. Bin gleich da. Ich glaube, hier gab es nur Elchen, ne? Die waren ja nicht so schlimm. Reitwegerich brauchen wir bestimmt auch für irgendetwas. Ich bringe jetzt querfältig ein, weil ich glaube, ist das jetzt, war das jetzt im Rungs oder wird das jetzt schon abends? Das wird eigentlich auch noch werden. Ah. Aber Siabora wird ja wohl so schnell nicht schlafen, oder? Oh, Gänseblümchen. Ja, das sind alles Dinge, die wir bestimmt als Zutaten noch brauchen werden. Löwenzahn, wenn dir... Löwenzahn. War das im Frühjahr? Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch keinen Gesinn. Ja, ich habe vorhin welche gesehen. Oh, okay. Dann werde ich mich gleich mal ein bisschen umgucken. Mit Breitwegerich kann man sich heilen. Ach was. Aber ich glaube, es ist effektiver, wenn wir da Tränke draus machen. Wir können aber, glaube ich, bislang nur den kleinen Heiltrank, ne? Ich meine ja, warte mal, ich kann schwimmen bzw. laufen und meinen restlichen Tee trinken. Klein oder den schnellen? Es gibt, glaube ich, noch einen, äh, naja, war das ein großer, hieß der großer Heiltrank? Ich weiß es gar nicht. Bisschen schneller. Das ist auch wieder Gänseblümchen. Naja, das kann ich auf dem Rückweg machen. Erstmal eben ganz schnell noch die Quest abgeben. Nicht, dass ich hier ankomme und dann schlafen die wieder alle. Außerdem wollte ich eben noch die restlichen Sachen verkaufen. So, hier gab es, glaube ich, später Bienen. Kann man, glaube ich, glaube ich zumindest. Kann man Bienen kaufen? Oh, Löwenthan! Okay, einen, einen habe ich. Einen habe ich. Immerhin. Haben wir schon zwei. Das ist ein Tor, aber man kann da durchlaufen. Ich kann da drüberspringen. Ähm, so, Siabora. Ist nicht hier. Ich tue mich mal ein bisschen schwer, die Ausrufezeichen zu finden. Du bist das. Oh, er ist hier wieder. Ach, die mit den Schweinen. Natürlich, macht ja Sinn. Äh, ich habe die Materialien für deinen neuen Schweinestall dabei. Vielen Dank. Erst sehe ich einen einsamen Wolf, der nachts in den Schweinestall schleicht, dann dieser Wind. Es ist ein Wunder, dass der Stall noch steht. Er sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlimm aus, aber es wäre eine Schande, wenn er über dein Schwein zusammenrechnen würde. Take her. So, dann brauche ich einen Händler. Warte, was habt ihr? Nein, die hat eine neue Quest, die hat eine neue Quest, die hat eine neue Quest. Was brauchst du? Kann ich dir bei irgendetwas helfen? Du wirkst verärgert. Das bin ich in letzter Zeit immer, seit eines der Schweinchen aus meiner Herde es sich zur Angewohnheit gemacht hat, davon zu laufen. Zum Glück läuft es immer nach Osten. Ich bin es nur einfach leid, es immer wieder einzusammeln. Könntest du das wenigstens einmal für mich übernehmen? Sicher. Wie sieht das Schweinchen aus? Nun ist es klein. Drei Jahre alt, aber bald vier. Sein Name ist Vislav und er ist ein neugieriges kleines Schweinchen. Sag ihm, dass er zurückkommen und sich nicht zu weit vom Dorf entfernen soll. Vielen Dank. Oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich soll es ihm nur sagen? In Ordnung. Okay. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Komm raus, komm raus, wo immer du bist. Okay. Kann ich die Weidenkörbe beim Schmied verkaufen, bestimmt, oder? Milobor. Zeig mir bitte deine Waren. Der hat selber kleine Weidenkörbe. Kauft er meine trotzdem? Das Haferbier für die 70 auf jeden Fall. Warte, kleine Weidenkörbe, da sind sie. Oh, wow. Wie die einfach mal so gar nichts bringen. Okay, danke. So, wo ist das Schwein? Da, oh, das ist gar nicht so weit weg. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder zu einem anderen Ort rennen. Es ist tatsächlich in östlicher Richtung. Und hier ist Löwenzahn. Was war das gerade? Sprich mit Wisslav. Achso, das ist Schwein. Wisslav ist das Schwein, stimmt. Schon wieder vergessen. Ich wollte gerade sagen, wer ist Wisslav? Wo ist das? Wisslav? Ähm. Schwein ist ein Kind? Ja, das Schwein ist ein Kind. Wisslav. Na, du Süßer. Alter 3. Hallo. Na, aber hallo. Du bist aber ein seltsames kleines Schweinchen. Du nennst mich meine Mutter. Du musst eine Freundin von ihr sein. Äh, das stimmt. Sie macht sich Sorgen und möchte, dass du nach Hause kommst. Ich werde nicht nach Hause gehen. Ich spiele Verstecken mit meinem Spielzeugpferd. Es heißt Haselnuss. Niemand wird ihn je finden. Ist er verloren gegangen? Wenn ich ihn finde, versprichst du mir, dass du dann nach Hause gehst? Oh nein. Nimm uns das Pferd finden. Huh? Du kannst es versuchen, aber du wirst es nicht schaffen. Niemand weiß, dass es sich in den Holzstapeln versteckt hat. Natürlich nicht, mein Junge. Aber lass es mich versuchen. In den Holzstapeln. Jetzt soll ich die Holzstapel durchsuchen. Okay, durchsuchen. Dies ist der kleinste der Holzstapel in der Nähe. Hier gibt es nicht viel zu durchsuchen, es sei denn, das Spielzeug ist wirklich klein. Sieh genauer hin und dreh ein paar Holzstücke um. Du verschiebst ein paar Holzstücke, aber wie erwartet gibt es in dem Haufen von ein paar Würmern, die sich in großer Angst verstecken und einer vergammelten Apfelkitsche nichts Interessantes. Verlasse diesen Ort. Interaktion mit Holzstapeln. Nächster Holzstapel. Hä? Wo ist er? Da. 17 Meter. 15 Meter. Da. Okay. Ähm, Stock nehmen. Nein. Untersuchen. Du stehst vor einem frisch gehackten Stapel Brennholz. Der Geruch von Harz umschmeichelt deine Nase. Oder stimmt, das riecht wirklich sehr gut. Durchsuche den Stapel nach dem Spielzeugpferd, das Wissler versteckt hat. Der Stapel ist ziemlich gleichmäßig und besteht fast ausschließlich aus gleich großen Stücken Feuerholz, abgesehen von einem recht langen Stock, der dir sofort ins Auge fällt. Nimm diesen langen Stock und sieh ihn dir genauer an. Das hier ist kein gewöhnlicher Ast, der von einem Baum gefallen ist. Er ist sorgfältig bearbeitet worden, um das Rückgrat eines Spielzeugs zu bilden. Du kannst erkennen, dass er dort ein wenig abgenutzt ist, wo ein Kind das Spielzeug beim Spielen zwischen den Beinen festgehalten hat. Das ist sowas. Das ist so ein Dingspferdchen. WB-Zewo. Ja, ich bin auf dem Holzweg, genau. Verlasse diesen Ort mit dem Stock. Ich habe das Spielzeug... Ich habe den Griff... Nein, es besteht aus mehreren Dingen. Untersuche den alten überwucherten Holzstapel. Und wenn ich fertig bin, schläft das Kind. Oh, das ist Stehlen, wenn ich das mitnehme. Das ist auch Stehlen. Pile of Wooden Waste. Untersuchen. Du näherst dich einem Haufen Holzabfälle. Er enthält eine Vielzahl zerbrochener Gegenstände, die von den Bewohnern Klonikas weggeworfen wurden. Und warum ist das dann Stehlen, wenn ich jetzt das mitnehme? Durchsuche den Haufen nach allem, was irgendwie einem Holzspielzeug ähnelt. Du durchsuchst den Müll, hebst ausrangierte und kaputte Bretter ebenso auf wie kaputte Wagenräder, als dir ein unscheinbares kleines Stück Holz ins Auge fällt. Nimm das kleine Stück Holz zur Hand und sieh es dir genauer an. Es ist ein kurzer, sorgsam, polierter Stock. Er sieht aus wie der Griff eines Spielzeugpferdes. Verlasse den Haufen. Okay, ich habe noch was gefunden. Ich denke, das ist Müll. Warum ist das Stehlen, wenn ich das mitnehme? Ja, wenn ich das jetzt mitnehme, dann irgendjemand sieht das dann trotzdem. Auch wenn die alle schon schlafen oder sonst irgendetwas. Du kriegst sofort Minus. Wo ist der letzte Holzstapel? Da hinten. Äh, what, what? Nee, nicht Zweige. Overgrown, overgrown pile of wood. Pile of shang. Dieser Holzstapel liegt schon eine Weile hier. Er ist zum Pflanzen überwuchert und das Holz ist deutlich älter und verbrechlicher. Reiße den Efeu herunter und räume die obersten Stücke zur Seite. Du bemerkst eine kleine Lücke hinter der obersten Holzschicht. Schiebe deine Hand zwischen die Holzstücke und taste, ob es dort etwas Interessantes zu finden gibt. Das mache ich sehr ungern. Das mache ich sehr ungern. Ich schaue hinein. Aus den eingetrockneten kleinen Köteln und Nüssen schließt du, dass sich hier einmal ein kleines Tier versteckt hat. Gott sei Dank habe ich nicht reingefasst. Nein, stecke deine Hand vorsichtig hinein und überprüfe, ob es dort etwas Interessantes gibt. Nein, da ist ein Köttel drin. Deine Hand findet ein großes, hartes Stück Holz, das nicht zu den morschen alten Stücken passt, die es umgeben. Das Stück hat eine seltsame Form. Du kannst es leicht greifen und herausziehen. Du verlässt diesen alten Haufen mit dem Kopf eines Holzpferdes, dem noch ein Stück und ein Griff fehlen. Haha! Haha! Warum hat er es denn auseinandergenommen? Okay. Der müsste ja noch hier rumrennen, ne? Ja, da ist er. Im Dunkeln, nachts. Ich habe dir gesagt, das kann nicht gefunden werden. Danke für den Applaus. Dankeschön. Tatsächlich habe ich es gefunden, aber in Einzelteilen. Machst du nicht über mich lustig? Es wurde in drei Teile zerlegt und jedes wurde in einem anderen Stapel versteckt. Das Pferd ist ziemlich gut im Versteckenspielen. Es hat es sogar geschafft, sich selbst in Teile zu zerlegen. Das ist unmöglich. Du schummelst. Ich will kein kaputtes Spielzeug. Wirf es weg. Was ist denn das für ein Balk? Alles im Ofen. Jetzt gibt es Abendessen. Bis später. Alles klar wie Breath of the Red. Dann noch gutes Backen und guten Appetit. Keine Sorge. Es sind nur drei Teile. Tada! Schau, ich habe sie schon wieder zusammengesetzt. Oh, es ist repariert. Aber jetzt bekomme ich kein neues. Ähm. Ich kann meinen Kindern nicht ausstehen. Wenn das so ist, gehört das Spielzeug jetzt mir. Behalte das Pferd. Eines Tages bekommst du sicher ein neues und dann hast du zwei. Beruhige dich, Junge. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, es ist verloren. Oh, das ist Lügen. Obwohl, dann habe ich ein Spiel. Oh, für Frieda. Für Frieda ein Spielzeugpferd. Mhm. Ja, komm. Dann machen wir das so. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich behalte das Spielzeugpferd und sage deinen Eltern, dass es verloren gegangen ist. Ja, das ist dasselbe. Als wäre es verloren und kaputt gegangen. Jetzt, da das Problem mit deinem Spielzeug gelöst ist, ab mit dir. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Mama macht sich sicher Sorgen. Außerdem habe ich Hunger. Ich bin sicher, sie hat ein paar salzige Knabbereien. Bestimmt hat sie die. Lauf nicht wieder zu weit von zu Hause weg. Sprich, mit Sia Bohrern. Die pennt bestimmt jetzt. Die kann einfach in Ruhe schlafen, obwohl ihr Kind noch nicht wieder da ist. Richtig. Die schläft bestimmt. Die schläft bestimmt. Die schläft bestimmt. Die schläft bestimmt. Oh, wie ist es dir mit meinem kleinen Schweinchen ergangen? Von nun an sollte Wissler in der Nähe der Siedlung bleiben. Also wird er nicht mehr verloren gehen. Was hast du getan? Oder besser gesagt, was war da hinten so interessant? Äh, ba-ba-ba, ba-ba-ba, ba-ba-ba. Er hat sein Spielzeugpferd auseinandergenommen und in ein paar Holzstapeln versteckt. Hm, dieses Pferd schon wieder. Seit einer ganzen Weile geht es ständig kaputt. Das Spielzeug wurde von meinem verstorbenen Vater gemacht, der ein begabter Holzschnitzer und Künstler war. Es war meinem Mann immer ein Dorn im Auge, weil er lieber sehen würde, dass Wissler ein Jäger wird und kein Holzarbeiter. Äh, nee, das geben wir nicht ab. Ich verstehe. In diesem Fall ist es gut, dass es euch das Spielzeug nicht länger stören wird. Bevor du gehst, nimm bitte diese salzigen Knabbereien als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Sie werden nach einem Familienrezept gemacht. Wenn dir noch mehr davon ist, kann ich dir welche verkaufen. Ich bereite in jeder Jahreszeit Frische zu. Danke. Wenn sie mir schmecken, komme ich zurück und hole mir mehr. Was haben wir gekriegt? Salzstangen. Okay. Sind die so gut, dass ich da mal welche von kaufen sollte? Inventar, Salzstangen. Kann man die verschenken? Besonderer Gegenstand, eine salzige Backware. Die von Siabora in Klonika hergeschüttet und verkauft wird. Wenn man 50% geringerer Lebensmittelverbrauch. Hm. Aber macht auch minus 20 Wasser natürlich. Okay. Und habe ich das Pferd jetzt? Oh, ups. Ich sterbe und es schneide. Äh, das Kind ist auf eine Schnecke getreten. Ich habe Wisslafs altes Holzspielzeug. Besonderer Gegenstand, ein einzigartiges Spielzeug, das einmal einem Jungen aus Klonika gehört hat, der Wisslaf heißt. Okay. Ich hoffe, dass man das als... Als man den Kindern was schenken kann oder sowas. Dann habe ich jetzt ein Spielzeugpferd für Frieda. Sehr schön, danke. Ja, ich hoffe, dass ich es benutzen kann. Okay, das war einmal das. Äh, wo war das andere jetzt? Äh, Tagebuch. Da ist es. War das das? Ja. Dann machen wir das als nächstes. Eine Steinachs brauche ich noch. Kann ich noch eine herstellen? Ja, kann ich. Dann gehe ich als nächstes nach... Moment. Himislav ist in Skowky. Ach, da bist du gerade. Ja. Könntest du auch. Aber der schläft. Das spricht, glaube ich, nichts. Die Quest... Ja, der steht direkt hier vorm Eingang. Echt? Die nehme ich gleich mit. Ja, ja. Oh ja, cool. Nice. Ich... Ich... ...wohl gerade ein bisschen Kupfer. Und der stand direkt vor der... Ja, das hätte ich dann ziemlich auch noch gemacht. Ich gucke aber dann noch ein bisschen Ausschau nach Löwenzahn. Wenn es hier nicht welchen gibt. Das ist aber nur breitwegerig. Oh, neues Level überleben. Ich habe doch noch ein bisschen gesammelt. Johanniskraut. Speisemorchen. Ich suche aber... Ähm... Löwenzahn. Die kann man eigentlich auch von Weitem mal sehr gut sehen. Gänseblümchen. 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 Irgendwo rum. Ja. Dann... Wegwarte. Johanniskraut. Müssten wir aber theoretisch... Ich kann gleich noch mal eben in Piastovia gucken. Bei der Kräuterfrau im Garten kann man nämlich da auch den ganzen Garten plündern. Oh. Ohne dass das Stehlen ist. Zumindest war es im letzten Jahr kein Stehlen. Gänseblümchen. Gänseblümchen und Löwenzahn und Johanniskraut. Mal sehen, was unser Kräutermensch da ausbraut. Glühvermchen. Das ist ein Stein. Hatte ich das schon eingesammelt? Ah, das hatten wir schon tatsächlich. Okay, gut. Müssten wir eigentlich noch mal wieder so einen kleinen Rundgang machen, weil es tatsächlich ja immer wieder so neue Ereignisse auftreten. Ich könnte was essen. Ich esse jetzt mal die Birne von meinem geliebten Ehegarten. Und die Salzstangen sind so besonders, ne? Also... Ich habe auch nichts anderes mehr. Ich sollte mal dran denken. Gibt es auf jeden Fall einen Buff, die Birne. Und das für einen? Weiß ich nicht, das ist so... Du hast einen an der Birne. Ich habe den einen an der Birne, ja, genau. Gute Frage. Das sieht so aus wie so ein bisschen Schutz, also vor Kühle und so ein bisschen Schutzschild. Also da ist so ein Schutzschild drauf und so eine Schneeflocke. Also ich denke mir mal vielleicht so ein leicht gegen Witterungsschutz oder sowas. Was auch immer. Oder kann man das irgendwo sehen, was man da gerade für einen Effekt hat? Fertigkeiten ist ja auch nicht. Überlebenskenntnisse. Warte, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Vielleicht nochmal 4 Grad bessere Temperaturtoleranz. Das ist nicht schlecht, ne? Schnellere Bewegung im Wasser ist natürlich auch toll. Das mit der Alkoholresistenz habe ich noch nicht verstanden. Oh ne, 20% langsamerer Auslaufverbrauch während Bewegung. Das ist richtig gut. Das nehmen wir. Allein schon, wenn man weglaufen muss, ist das eine ganz gute Sache. Ich renne noch ein bisschen querfältig ein in der Hoffnung, dass sich Löwenzahnen finden. Aber Löwenzahnen ist ja keine Sumpfpflanze. Hier ist es ein bisschen sumpfig. Hier ist so richtig der Waber obendrauf. Das sieht schon cool aus. Gut gemacht. Also in Klonika sind Schweine. Und was anderes haben die da auch nicht. Bei uns gibt es... Haben denn die netten Esel? Dann müssen die ja in Ostoja doch in Ostoja gewesen sein. In Ostoja gab es auf jeden Fall Schafe. Daran erinnere ich mich noch. Oder haben die doch da Esel? Bevor ich jetzt wegrenne, vielleicht sollte ich mal im Gucken gehen. Aber ich meine, die hätten dann Geschweine gehabt. Warte, ich renne noch mal eben zurück. Und dann schreibe ich mir das, glaube ich, mal auf. Also bei uns haben wir Pferde und Gänse. Kann man bei uns kaufen. Löwenzahn kann man finden. Sehr schön. Den Klonika? Echt? Oh, dann renne ich nochmal wieder zurück. Ich meine, ich habe sowieso noch keine Kohle, um einen Esel zu kaufen. Aber dann wissen wir wenigstens, was ein Esel kostet. Ich schreibe das jetzt auf. Also, Klonika gibt es auf jeden Fall Schweine. Klonika, gleich Schweine. Dann Ostoja hat Schafe. Was denn? Was ist los? Ich habe als Belohnung Erze gekriegt. Dabei bin ich doch eh schon fast überladen. Ja, es stand da aber auch. Es stand da, dass du drei Eisenerz kriegst. Ja, sonst schmeißt es zur Not weg. Das Eisenerz ist nicht so schlimm. Wir brauchen momentan hauptsächlich Kupfer. Nein, das ist viel wichtiger. Kupfer ist jetzt viel wichtiger, weil es das Einzige ist, was wir gerade verarbeiten können. Also, das ist nicht schlimm. Wir würden doch auch liefern können. Können Sie uns wieder Post nachschicken. Ich bin überladen. Ja. Oder verkaufe das doch im Dorf oder sowas. Sonst schmeißen wir es wenigstens nicht weg. Das ist doch auch eine Idee. So, jetzt gehe ich mal direkt vorne rein nach Klonika. Schauen wir mal, brauche ich den Bogen so gar nicht auszuwählen. Also, ich gehe mal direkt durchs Dorf und dann ist ja hier die Schweinefrau. So, dann gucke ich ihn nochmal hinten. Da sind ja die Jäger. Ach, wir haben jetzt auch kein Haus. Sonst könnte ich aber eben gucken, ob hier irgendwelche Leute sind, die wir an... Oh, warte, hier ist was. Ob wir noch Leute anwerben können oder so. Nee, das ist der Holzfellow. Das ist eine Kräuterhütte. Wird das nicht auch angezeigt auf der Karte. Da ist der Schmied. Da ist ein... Mit Jagdzubehör, mit Lebensmitteln und Kräuter. Aber hier ist kein Tierhändler. Das wird ja normalerweise immer angezeigt, dass es auch noch einen Tierhändler hier gibt. Hier ist ein kleines Feld. Ich höre auch keine Esel. Ich meine auch nicht, dass... Ich glaube nicht, dass wir schon mal zu zweit hier gewesen sind. Wir sind, glaube ich, immer jeder für sich hier gewesen. Und ich meine, wir hätten die Esel... ...zusammengesehen. Also, wir hätten... Oh, die Schweine schlafen hier gerade. Nooo. Nooo. Äh. Die... Die Füße. Oh Gott. Schweine können so süß sein. Tja, ich sehe es. Aber sonst kein anderer Stall hier. Also, ich glaube... Ich glaube... Kann man einen Bienen kaufen. Kann nicht sein, dass man später mal sowas hier bauen kann. Und dann hat man hier einen Bienen... ...Dings. Skauki. Ah, okay. Skauki. Okay. Also, in Klonika gibt es tatsächlich nur Schweine. In Ostdeuer gab es Schafe. Aber ob noch was anderes, das weiß ich nicht. Und bei uns in Piastovia... ...gibt es... ...Gänse. Und Pferde. Und in Skauki waren... ...da haben wir, glaube ich, auch die Hühner her, ne? Hühner. Ja. Und... ...Esel. ...Bist du noch ein Skauki, oder? Ja, ich... ...stehe vor der Tür und warte, dass sie aufmacht. Die Frau. Aber du kannst auch in den Stall reingehen und gucken, was die kosten. Wenn ich wüsste, wo der Stall ist. Ich sehe bloß sie. Weil, äh... ...du kannst bei ihr direkt... Ah, da! Ja. Ja, sie ist... ...andere Straßenseite. ...im Stall gucken, äh... ...was die Tiere kosten. 520... ...520... 520? Ist ja auch kleine. Gibt's Polen? Ja. 350. Wie viel habe ich? 398. Ich habe 64. Ja, dann renne ich nach Skauki und dann kaufe ich uns einen Esel. Wir haben auch noch nicht so viel Tierfutter. Also wir können jetzt nicht übertreiben, ne? Das ist das Problem. Ich komme jetzt sowieso erstmal eben nach Hause, weil ich mega Hunger habe. Ich könnte ein paar Morcheln essen, ne? Ein paar Morcheln essen. Ich kann nicht selbst denken, Stangen essen, aber das ist fast zu schade. Ach stimmt, hier steht ja auch plus 5 Gesundheit. Ach, das sind auch die Effekte. Löwenzahn macht 9% geringerer Ausdauerverbrauch. 120 Sekunden Effektdauer. Gänseblümchen macht Gesundheit und geringerer Wasserverbrauch für 150 Sekunden. Speisemäuche machen 1,5 Nahrung und 2% Vergiftung. Aber das kann man immer abklingen lassen wieder. Das ist besser als verhungern. Ja, lieber vergiftet als verhungert. Oh Gott, nein. Okay, dann einmal nach Biestovia. Und das Doria gibt es, glaube ich, auch nach Ziegen. Das kann sein, ja. Ich erinnere mich da an etwas, dass wir auch Ziegen schon gesehen haben. Ich gucke mal, ob ich den Typen mit den Tränken nochmal ansprechen kann. Ob der noch irgendwas sagt. Der wohnt ja hier im Sumpf. Jetzt brenne ich gerade an der Bushaltestelle vorbei. Und ich habe nicht genügend Kleingeld. Das ist aber auch jenseits von gut und böse, den Pernwagen zu nehmen. Hi, Elric. Elric. How are you? Hast du irgendwas Interessantes gesehen? Willst du mich verarschen? Was hier ist nicht interessant? Siehst du diesen Busch? Da habe ich einen toten Dachs gefunden. Und den Baum? Ich habe ihn angepinkelt. Und dieser Felsen? Warte, dieser Felsen war vorher noch nicht da. Hast du ihn vorhin schon gesehen? Sag es mir. Kennst du diesen Felsen? Kennst du ihn? Der Felsen hat dich geschickt, oder? Was wollt ihr von mir? Okay. Du bist verrückt. Nein, das würde ich niemals sagen. Verdammt, was redest du da? Wer? Ich? Ich habe nichts gesagt. Okay. Das hast du eindeutig. Wir sind die Einzigen. Ach, vergiss es. Muss der Felsen gewesen sein. Okay, man kann leider mit ihm nichts anderes anfangen. Was ich schade finde, weil er ja hier irgendwie anscheinend was mit Tränken macht. Und man kann auch nichts mitnehmen von seinem ganzen Kram, weil das sonst sofort Diebstahl ist. Entenkritze. Ich kann schon Wasser trinken. So, und den Lut haben sie hier bestimmt nicht nachgepackt, ne? Nee. Ich gehe mal so ein bisschen da außen rum. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo etwas. Wo geht denn das hin? Äh. Okay. Ja, nee. Ich will jetzt aber auch ein bisschen questmäßig weiterkommen. Ich bin schon neugierig, aber... Außerdem wollen wir einen Esel kaufen. Und ich habe Hunger. Nebendessen hau es Wasser trinken. Mutig. Aber er hat doch gesagt, er hat einen Baum gepinkelt, nicht ins Wasser. Oh, Löwenzahn. Kann ich schlimmer sein, als in meinen dreckigen Stiefeln da drin zu stehen und das zu trinken? Oder wenn ich dreckig bin, ins Wasser zu gehen und das zu trinken? Dreckreich im Magen. Barsch. Hier ist ein Weg. Das sind Hirsche. Ach, im Frühjahr ist doch gleich wieder eine andere Stimmung. Das ist ein Elch. Oder noch mit der schönen Musik da von Medieval Dynasty. Ist der Bär kommt, dann ist die Stimmung wieder gleich. Dann sagst du doch jetzt nicht sowas. Warum redest du jetzt von einem Bär? Jetzt, wo die Musik aufhört. Da warte ich dann immer sofort. Luchs, Seeadler, da warte ich dann immer sofort, dass irgendwas Fieses kommt. Das ist ein Dachs. Waren wir da schon? Da waren wir bestimmt schon, oder? Ich gucke trotzdem mal. Weil ich glaube, inzwischen haben wir die leer stehenden Gebäude, haben wir alle. Oder? 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 Jagdgebiet Krähe? Warum haben wir es vorher noch nicht entdeckt? Oh doch, das ist da, wo die... War das nicht da, wo die Bären waren? Nee, Wildschweine waren hier. Waren hier Wildschweine? Ich gucke nur mal ganz vorsichtig um die Ecke. Ob wir die Sachen schon gelootet haben? Truhe ist leer. Und die Tonsachen können wir leider nicht mitnehmen. Ja, okay, dann war das das Haus, wo wir schon waren. Truhe in Frieden, lieber Luth. Truhe in Frieden. Quercus, ein Stichwort, komme in die Ecke. Wegen Wildschweine... Jagdgebiet Wolf. Wegen Wildschweinen jetzt, oder was? War das Nisa? Oh, 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 der Wolf jagt das Kaninchen und dann sieht er mich. Pass auf, ich laufe. Wenn es einer war, oder egal, ob... Gesundheit! Und ich bin in einem Bärenjagdgebiet. Und habe Kampfmusik. Ich laufe. In einem Falkenjagdgebiet. Und ich glaube, direkt vor mir steht ein Bär. Das ist so irreführend, ne? Das ist... Das ist... Eine Falle. Du sagst ja. Was denn? Du bist doch nur in einem Falkenjagdgebiet. Was willst du eigentlich? Bär! Nein, wegen... Gleich kommt irgendwas Fieses um die Ecke. Ach so. Das hast du aber jetzt gesagt, Sebo, nicht ich. Das ist so schön hier. Da passiert wieder irgendwas Gemeines. Und ich bin irgendwie relativ dicht am Zaum. Oh Mann! Lass das mit dem Quark, ey. Das ist nicht mehr witzig. Oh Gott, ich krieg gleich feuchte Hände. Ich bin eigentlich fast zu Hause. Ist das ein Fuchs? Ja, Gebiet Wolf. Großartig. Ich renne gleich schreien. Auch. Na toll. Die Wisente haben gleich angegriffen, oder? Ja, die Wisente, die würde ich schön... Lass die lieber. Die Wisente sind, mit denen es nicht zu spaßen. Das ist der Hindernislauf hier. Ich bin in Piastovia. Huh, ich bin zu Hause. Gott sei Dank. Okay. Dann esse ich eben schnell was. Und dann renne ich nach Skowky weiter. Und hoffe, dass ich uns einen Esel kaufen kann. Dann brauchen wir aber noch einen Tierhüter. Dann brauchen wir noch ein Haus. Dann müssen wir noch ein Haus bauen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Weil für die Esel brauchen wir dann ja... Ich habe mega Durst. Für die Esel brauchen wir ja dann wieder einen, der sich um die Tiere kümmert. Oh, das war gut. Gott sei Dank war es kein Dreckwasser. Holzen wir mal einen wunderschönen. Hatte ich dich schon... Hatte ich dich überlesen? Oder kam da jetzt nur das Quack? Ein wunderschön guten Abend. Tschüss, du bist jetzt willkommen. Ich muss mal eben ganz kurz mit... Ich packe das Steckenpferd, packe ich mal eben in deine Kiste, ja? Vielleicht kannst du das wirklich Frieda irgendwie zukommen lassen. Und dann muss ich mal eben mit meinem Mann reden, ne? Der ist so tapfer da. So. Okay, das ist ein bisschen. Oh, und sie steht hier und wiegt das Kind hin und her. Oh, bezaubernder Ehegatte, wo bist du? Oh, Isa. Man sieht noch gar nicht, dass du schwanger bist, mein Hase. Du siehst aus, als könntest du einen Happen vertragen. Ich hab ne Birne von ihm gekriegt. Oh, der ist so bezaubernd. Du bist der Beste. Ähm, haben einen Gefallen bitten. Wie steht es in unser kleines Königreich? Die Bauern benötigen mehr Handwerksmaterial. Oh, haben wir irgendwo? Fehlt irgendwas? Achso, bei euch. Warte mal. Hallo. Wie wärmer, Laugh? See you soon. Was fehlt dir denn? Warte, lass mich gucken. Ich bin kurz vor zuhause. Was ist denn? Bist du Wildschwein? In ein Wolfsrudel. Nein, Wölfe. Lauf. Du bist kurz vor Piastovia. Du bist in der Zeit. Warte, wo bist du denn? Ich komme. Was sagst du so? Ich komme. Ja, er hat keine Materialien mehr. Wahrscheinlich fehlt ihm Dünger. Ich komme. Ich komme. Sagt dann einen wunderschönen guten Abend. Schönes Davids. Herzlich willkommen. Wie sind es ein Kürzel für Wir sendet euch schnell nach Hause. Ich glaube auch. Aber bei Quercus ist es eher so das Wildschwein-Taxi. I did something. Ich bin unterwegs. Ich komme dir entgegen. Ich habe nur keine Ausdauer. Ja. Ich glaube, ich... Jetzt stirbst du nicht mehr. Ich bin deiner Gegend. Hallo. Hüpfen kann ich noch. Nur laufen kann ich nicht mehr richtig. Ach so, wenn du bei der Hand bist, dann kann man nicht mehr laufen. Ich meine, da könnte man nicht mehr hüpfen. Da kann man immer noch hüpfen. Mann, was ist denn mit mir los? Ich habe gerade... Ach, das warst du. Ich dachte, jetzt kommt gerade ein Wolf von hinten. So klagt man gerade eben. Catch me. Einen wunderschönen guten Abend. Schönes Davids. Herzlich willkommen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Löwenzahn mitgebracht. Vielleicht sollten wir in Zukunft mal mal Heiltränke dabei haben. Das wäre ganz gut, ne? Müssten wir eigentlich doch jetzt auch inzwischen ein paar im Lager haben. Ach, guck mal. Hier kann man Felsen abbauen. Ja, du kannst ja was essen. Ich gucke nur gerade mal eben. Kalkstein. Kann man hier auch abbauen. Okay, das werden wir bestimmt auch noch irgendwann brauchen. Aber momentan habe ich noch keine Verwendung dafür. Ich packe es mal alles ins Lager. Dann müssen wir uns überlegen, wo wir noch ein Häuschen hinsetzen. Weil dann brauchen wir dringend noch Leute. Entweder an unsere Reihenhaussiedlung oder auf die andere Seite. Woher habe ich denn das Eisenerz her? Hast du das Eisenerz gekriegt? Ich habe drei Eisenerzen im Inventar. Dann hast du das gekriegt. Okay. Das habe ich nämlich schon gewundert, weil... ...nehmlich kein Eisenerz hat. Dann hat er es doch in der Post geschickt. Die Fernübertragung. Okay. Das ist witzig. 24 Dung. Ich mache mal schnell Dünger. Mhm. Weil ich denke mir mal, das wird denen fehlen. Weil Gerald sagte gerade, denen fehlt irgendwas. Schräglaufen ist schneller. Aha. Eine Kalkstein kannst du verputzen. Okay. So weit sind wir aber noch nicht. Tonbewurf, Tierfutter, Mohnsamen, Dünger. Ah, okay. Stroh, Ton. Steht noch nichts davon. Haben wir vielleicht noch nicht freigeschaltet. Äh, Dünger. Zwölf Dünger. Bringe ich gleich sofort hin. Aber ich muss vorher noch was essen. I did something. Ja, du kriegst gleich was. Du kannst doch die Birne essen. Nee, ich muss ein bisschen mehr essen. Eine Birne bringt jetzt allein nichts. Hier ist Löwenzahn. Nee, das war ein Zitronenfalter. Essen, 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 essen. Sonst vergätzt ich das wieder. So, äh, Schladenbrot mit Zwiebeln können wir auch selber essen eigentlich, ne? Ich esse mal eins. I could eat the house. Weil vom Geld bringt das nichts. Also Fischfilet, ja, das können wir verkaufen. Und das gebratene Fleisch können wir essen. Du brauchst kein Pferd zu essen. Du kannst, äh, essen, essen. So, die Salzstangen. Wenn ich die da reinschmeiße, dann isst die bestimmt irgendjemand auf, ne? Ich müsste das echt nochmal Stück für Stück eingeben, was die essen dürfen und was nicht. So, Dünger. Da habt ihr Dünger. Ähm, was fehlt denn da noch? Warum steht da oben fünf Sachen fehlen? Okay, da fehlt tatsächlich Dünger. Den Landwirten fehlt Dünger. Das scheint momentan das einzige zu sein. Wenn ich das richtig sehe. Okay, lass mal gucken. Wenn ich jetzt Salzstangen da rausnehme, dann essen die wenigstens nicht auf. Dann packe ich die. Jetzt haben wir 112 Karotten. Dann könnten wir die Quest ja doch machen. Aber wir haben nur neun Verdorbenes. Verdorbenes sollen die gar nicht essen. Dann kriegen sie nur Bauchschmerzen von. Warte mal, Salzstangen. Habe ich hier Salzstangen überhaupt irgendwo drin? Ich glaube, die würden sie nicht essen. Die sind gar nicht hier drin im Inventar. Ich teile die mal auf. Ich packe dir welche in die Kiste und bei mir welche in die Kiste und dann ist gut. Dann können wir abends beim Fernsehen gucken, mal knabbern oder sowas. Salzstangen. Oh, das klingt ja aber nicht gerade sehr gut für den König. Ah, so. Dann kann ich die Speisemäuche da rein machen. Und das ist alles für das Materiallager. Und dann mache ich mich auf. Esel kaufen. Wasser habe ich dabei. Die Birne habe ich auch dabei. Habe ich noch irgendwas, was ich nicht mitnehmen muss. Bogen brauche ich als Ersatz. Die Speere auch. Das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. 398. Ich glaube, die Kappe mit Taube kann ich jetzt auch weglassen. Obwohl, die macht auch Hitzschutz. Und kein Hitzschutz, okay. Ach, ich habe noch mit dem Eisenerz rum. Das wollte ich ja in die Schmiege packen. Okay, dann Skawky war dasjenige, welche. Hier ist irgendeine Quest. In Piersdowia. Ich renne jetzt aber nach Skawky. Skawky ist da oben. Okay. Dann gucke ich mal, dass ich uns einen Esel kaufe. Dann müssen wir aber gucken, ob wir eventuell schon die Zutaten haben, um selber Tierfutter herzustellen. Weil das ist, glaube ich, sonst ein bisschen problematisch. Oh, Löwenzahn. Mal schön mitnehmen. Ach, ich wollte auch eigentlich gucken, ob wir schon Heiltränke im Inventar haben. Müssten wir eigentlich. Ja, müsste was da sein, ja. Dass wir vielleicht alle in Zukunft dann, dass wir beide dann in Zukunft immer irgendwie ein, zwei Tränke dabei haben. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Okay, irgendwas stimmt mit der Produktion nicht. Da fehlt irgendwo was. Bronny, ich gucke jetzt alle mal einfach durch, ja. Was ist das? Warum sind die blau? Ach so, das ist einmal Quercus, das bin ich. Ah, deswegen. Okay, deswegen. Drei von vier, das ist Quercus. Jagd. Was ist in der Jagdhütte? Oh, in der Jagdhütte fehlt es an Materialien. Die werden Steinmesser und sowas brauchen. Kein Werkzeug? In der Nähe? Ja, die brauchen Messer. Und ansonsten, in der Landwirtschaft fehlt wahrscheinlich dann wieder Dünger. Ja, da fehlt schon wieder Dünger. Dann müssten wir, theoretisch müssten wir noch ein Schwein kaufen, aber die vermehren sich ja auch irgendwann, wenn sie ausgewachsen sind. Also von daher. Oh, ist das cool, hier ist das Banditenlager ist weg. Das sind wirklich solche Ereignisse. Ich finde das cool, wenn das so dynamisch ist in einem Spiel. Ja, dann gucke ich mal, ob ich uns einen Eselfuhlen kaufen kann. Das ist Kampfmusik, ne? Was jagt mich gerade? Ich drehe mich nicht um. Oh, meine Ausdauer. Oh, Banditen! Warte mal, da drehe ich mich doch um. Wo kommt ihr her? Ihr habt meistens coole Sachen. Ich brauche Geld. Warte, warte. Wo habt ihr euer Lager? Wartet! Habe ich gerade nicht gesehen. Wo habt ihr, wo wohnt ihr? Ja, komm her. Ey, sag mal. Oh, wie dreckig ist der, ey. Ha, der hat seine Axt fallen lassen. Wie doof kann man sein? Die hat er bestimmt gleich wieder, wenn er angreift. Ja, siehst du, da ist sie wieder. Okay, der ist tot. Einen habe ich. Jetzt kommt der andere zurück. Muss ich aufpassen. Na, der hat auch einen Spieß. Besser wäre, Pfeile und Bogen zu nehmen. Und das war's. Aber die meisten sind, die sind zu mehreren, ne? Muss ich gleich ein bisschen aufpassen. 50 Münzen. Vielleicht kann ich mehr als einen Fohlen kaufen. Aber ich muss ja auch noch Tierfutter kaufen. Okay, habe ich. Und wo kamt ihr denn? Da hinten ist was. Meistens sind sie zu dritt. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Dass sie mal Zwiebeln dabei haben. Ich glaube, da ist noch einer am Lager. Okay. Das lohnt sich. Okay. Oh, der hat auch, warte. Haha, Pfeile und Bogen. Uh, der ist knapp vorbeigezischt. Die Kugeln. Nur eben halt Pfeile. Ey, der hat noch nie mal eben gespannt. Der Idiot. Boah, das war ein Kopfschuss. Dafür ist mein Bogen kaputt gegangen. 10,9. Die wollen die mitzunehmen. Aber die haben auch Käse dabei. Und Mehl. Und nochmal ein paar Münzen. Steinpfeile. Weinflasche. Und nochmal Zwiebeln. Komm, den kaputten Bogen verkaufe ich. Mir doch egal. So, was habt ihr noch schönes Jahr? Eine Truhe mit Bronzepfeilen. Okay. Schmuggelware. Mehl. Nochmal Münzen. Also Banditen lohnen sich wirklich. Abgesehen davon, dass die Reputation auch immer ein bisschen hoch geht. Eisensperre sind auch cool. Oh, ein Langenbogen mit 26%. Apfel, Met. Jetzt muss ich nur gucken, dass die Händler noch wach sind. Oh, da ist noch ein Pfeil von mir. 150 Münzen. Jetzt ist die Frage. Ich gucke mal eben, was die ausgewachsenen Esel kosten. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Coole Sachen und Zwiebeln. Ja, Zwiebeln sind mega cool. Zwiebeln passt auch zu so viel. Nahgebratene Zwiebeln sind immer lecker. Lippen. Aber jetzt wird es dunkel. Ich muss doch mal eben. Ich muss doch mal eben. Nein, ich muss doch noch. Wenn ich jemanden für die Tiere finde, soll ich ihn dann erstmal mitnehmen oder lieber lassen, weil wir noch kein Haus haben? Nehmt mit. Haus kriegen wir hin. Kriegen wir relativ schnell gebaut, ne? Mhm. Weil dann, bis da die Laune im Keller ist, dass die wieder abhauen wollen, haben wir das Haus gebaut. Das mache ich aber gleich. Ich muss erstmal eben schnell gucken, ob ich noch einen Esel kaufen kann. Schnell. Schnell. Obstbäume blühen schön hier. Ja, es sieht toll aus, ne? Das hat mir auch in Klonika. Das sind auch direkt vorne ganz viele Obstbäume. Warte, warte, warte. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Bozena. Ich will mal eben noch Sachen bei dir verkaufen. Und zwar einmal ganz schnell, damit ich noch ein bisschen Kohle habe. So, soll ich den Käse verkaufen? Ah, den hier, den, den würde mal, wo war der Bogen? Der kaputt hat. Da. Den kannst du haben. 3,9 Münzen. Soll ich den Käse verkaufen? 2,9 Münzen. 25. Die Mäht auf jeden Fall. Die Mähtflasche. Die Tonvase. Ja, für 1,5 könnte ich die auch behalten. Die Weinflasche, die ist aber auch, nee, ist da noch was drin? Keine Ahnung. Zwiebeln bringe ich auch mit. Die haben noch über 50 Prozent. Die können wir verbrauchen. Hier die Steinachs von dem Typen. Kannst du auch haben. Bringt nicht so viel, ne? So, okay. Äh, lebt wohl. Good luck. Wo waren denn die Esel? Ganz oben, ne? Hier irgendwo. Da waren die. Äh, hier ganz hinten. Du musst komplett durch, durchs Dorf. Kann ich die noch kaufen? Die schlafen schon, aber man... Ich glaube, kaufen geht, glaube ich, immer. Die schlafen schon, die Esel. So, also der Esel-Hengst kostet 600. Und wie viel habe ich? Auf der anderen Seite sind die... 891. Ja, hier ist ein Fohlen, ein Stutfohlen. 405, 800, was habe ich gerade gesagt? 895. Und ein Hengstfohlen. Ja, kann ich doch, oder? Bin ich jetzt so? 891 kann ich. Ich kann beides kaufen. Eselstahl, Hengstfohlen. Lehrersklot zuweisen. Und jetzt noch das Stutfohlen kaufen. Ich kaufe ihnen einfach ihre Kinder weg hier. Aber sie haben es gut bei uns, glaubt mir. Okay. Jetzt bin ich pleite, aber wir haben zwei Esel im Stall stehen. Die Schweine sind beide erwachsen und produzieren einen Dung. Das ist doch Hammer. Oh, das ist genial. Super. Dann haben wir ja mit dem Dünger jetzt... Dann brauchen wir fast jemanden für die Scheune, damit wir immer Tonbewurf und Dünger und Tierfutter regelmäßig haben. Da müssen wir nicht immer so hinterhergucken. So, jetzt renne ich nochmal eben zu den Leuten und gucke, ob ich jemanden für unsere Esel finde. Hier sitzen nämlich sehr, sehr viele rum. Also wenn da jetzt nicht jemand bei ist, So, Bertha, Bertha, du brauchst... Du hast eine Zwei bei Tieren. Kasimira, auch eine Zwei kriege ich jemanden mit drei. Ferdinand, nur eine Einserin. Alina, eine Eins. Ja, sonst nämlich jemanden, der eine Zwei hat. Oh, sie! Frieda! Nee, dann kommen wir durcheinander, ne? Wenn deine Tochter Frieda heißt. Naja, aber... Im Moment nicht. Meine Frieda ist ein bisschen kleiner. Ja, aber die anderen Werte sind nicht so prickelnd. Vielleicht sollten wir was nehmen, was sich besser aufteilt. Hier, guck mal, die kann auch Werkstatt machen, Kasimira. Die hat zwar nur eine Zwei in Tierhaltung, aber die lernen ja auch noch dazu. Ich nehm' Kasimira. Interessant ist zu Ohren. Astoria, da hat jemand eine Quest. Ähm, Siedlung. Okay, Kasimira ist unterwegs. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir ihr Haus bauen. Ich komm' wieder nach Hause. Ich muss mir das aber eben markieren, weil sonst lauf' ich wieder von zu Hause vorbei. Und dann am nächsten Tag noch einmal nach Astoria, wegen der Quest. Das ist ein einziges Gerenne hier. Warte, soll ich noch, ähm... War das hier? Soll ich noch ein bisschen Kupfer mitbringen? Äh, ist immer gut, ja. Ist immer gut, ne? Genau, dann renne ich nochmal eben in die... In die... Dings. Sie kann ja nicht so richtig unzufrieden sein, wenn sie nur unterwegs ist, ne? Die rennt hier nämlich noch lang. Der Bogen, äh, den Bogen verkaufe ich, der ist wie neu. Nein, der ist nicht gebrochen, das ist die Maserung. Naja, der hat auch, glaube ich, nur 1,6 oder sogar noch weniger gebracht. Also, hat sich eigentlich gar nicht gelohnt. Aber, wenn ich sowieso was verkaufe, dann... Oder mitnehme, das ist Zinn. Ich brauch' Kupfer. Da ist Kupfer. Ja, so weit sind wir noch nicht, dass wir Eisen vernünftig verlinksen können. Salz. Salz können wir eigentlich auch gebrauchen. Wegen, äh, getrockneten... Da hab ich hier im 40. Ich nehm noch ein bisschen Salz mit. Ich kann nicht schaden. Das ist doch wie neu, ne? Kommen wir über eBay Kleinanzeigungen verkauft. Was? Ich weiß gar nicht, was wir haben. Die sehen es doch nicht durch. Nein, das ist doch prima. Fast wie neu. Okay. Okay, mal was trink. Das war's. 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 Ich komme. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. 50. Oh. Das war's. 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 Okay. 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 Das war's. Salz. Das war's. Stein. Das war's. Oh. Oh. Das war's. Das war's. mit. Jetzt. Das war's. 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 Okay. finden. Das war's. Das war's. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Yeah. Yeah. Das war's. 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 schade. Das war's. Das war's. quest. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 yeah. das war's. weil du hast entweder wildschwein oder wölfe und ich hatte eben gerade kurz orientierungsprobleme ich wusste nicht wo ich hinlaufen muss naja jetzt weiß ich wieder wo ich bin naja jetzt die birne bevor die im nächsten dings schlecht wird ach so das kommt ja auch noch dazu 21 53 die pennen auch bestimmt alle schon schlafen die alle schon ja die liegen da alle schon in ihren betten da brauche ich auch nicht mehr nach oder die sind alle noch das kann auch sein warte mal es kann auch sein ich glaube mal eben schnell rüber es kann auch sein dass sie noch im wirtshaus sind dann schreibe ich mir fürs nächste mal schon mal auf größere größere häuser für uns dass wir das da mal gucken wo wir die hinbauen weil wir genügend platz dafür benötigen ein paar rum wenn ich glück habe aber du e-mails lava diese person ist im moment nicht daran mit dir zu entsprechen was ist nein kommt irgendjemand ich will verkaufen wobei es lava nein balim ja zeig mir deine ware das haferbier kannst du haben das gebratene fischfilet kannst du haben hatte ich noch irgendetwas nee das war's tausend verdammt das dauert zu ewigkeiten dankeschön gewohl obwohl beim nächsten mal kann ich vielleicht endlich für gerard was kaufen vorher denkt dass ich ihn nicht lieber aber naja auch gerade valentinstag gottes willen ich finde ich finde solche tage die nur dafür gedacht sind finde ich einfach doof weil man kann jeden anderen tag auch dafür nehmen nicht immer schrecklich und dann gibt es mal so die gleichen sachen dann überall in den werbeprospekten dann gibt es dann immer das wie mit muttertag da gibt es immer blumen billiges parfum alkohol und irgendeine süßigkeit oder so was darauf verzichten es reicht doch schon wenn man an denjenigen menschen denkt und das sagt so oft wie ich da sowieso immer an dieser einzelnen dörfer rein rennen muss kann ich auch jedes mal wo ich einfach nur mal jedes mal ein bisschen kupfer mitbringen dann haben wir schon wieder zu genüge ja 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 das lohnt sich noch nicht ich bin liegt können wir immer noch nicht machen oder ich hätte ja gerne so stand fackeln weißt du die kannst du ja auch irgendwann freischalten das wäre schon cool weil dann könnten wir die hier im dorf überall hinstellen sowie halt straßenlaternen aber haben wir noch nicht und sind auch glaube ich ziemlich teuer wir sind kurz vor dem gänsehaus oh nein ich wollte mir gerade essen aus der truhe nehmen warte ich bin noch ich bin noch in der truhe dünge oder werde gedüngt ja aber ich sehe jetzt nicht dass wir reputationspunkte verpasst haben ich glaube nicht also sieht nicht so aus als wenn wir welche verlieren würden deswegen wir sind immer noch bei 3953 also irgendwie sowas warte mal es kann doch sein dass wir die genau wie ich gesagt habe dass wir von der einen wir haben noch eine schwangere lobomira ist schwanger verdammt das heißt dass sie auch bald ausfallen wird ah guck mal an casimira ist schon auf 13 prozent ich glaube je mehr punkte der drin haben sie höher der allerdings ist umso wohler fühlen sie sich in der arbeitsstelle sie hat tatsächlich dazu gekriegt und ausweiler landwirt warum geht denn bei ihr jetzt auch gerade hoch biele mir was ist denn mit denen los haben die gerade frühlingsgefühl oder was sie ist froh dass sie deinen garten los ist was soll das denn heißen was ok damit kann ich anfangen schnelleres bauen ausdauerverbrauch beim bauen das hält eigentlich gar nicht so ins gewicht naja in der werkstatt das dauert länger wenn man was macht beziehungsweise wir haben noch keinen dann mache ich das so ich habe noch ein punkt dann machen wir da noch einen rein okay dann habe ich jetzt vollen erfahrungsgewinn in der schmiede okay ich hoffe ihr gibt euch gegenseitig irgendwelche tipps muss ich jetzt hier irgendwie dazwischen gehen ich habe bestimmt irgendwie wieder schmiede was vergessen oder wollte ich noch irgendwas machen ich glaube wir haben jetzt alles ne ich kann jetzt endlich mal den google da abnehmen das ist die kappe mit taube der google ist ja das andere teil was man unter die schultern legt ja weiß ich nicht wollen wir dann jetzt hier ein cut machen weil jetzt ist gerade sommer kommt vielleicht ganz gut hin neue quest oder anschlagtafel und bestimmt auch auf der karte neue quest ich sehe schon kommen ja auch gott ja bing 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 in kronika sehe ich zwei in austria habe ich drei quest zeichen und das glaube ich habe ich auch ein quest zeichen also wir können das ist mal tatsächlich wie alle dörfer ablaufen quests annehmen und quests weitermachen und so weiter und sofort die bringen auch glaube ich am meisten also nicht dieser anschlag bretter bringen einfach gar nichts mehr sondern einfach die eigentlichen quest dann kann ich nämlich stein schere pergament weitermachen da muss ich mit zivora reden da kriegen wir 300 münzen für und auch 330 dünasti repräsentation das ist glaube ich ganz gut gut dann speichere ich mal eben ab ich habe gleich wieder ein auto safe gemacht gut dann ja gut die ganzen quests nächste woche wir wollen uns die größeren das größere haus holen und dann haben wir schon wieder zwei häuser frei wo wir dann neue leute reinsetzen können die werden wir jetzt langsam brauchen weil die neue jagdhütte braucht insgesamt vier oder kann vier jäger aufnehmen das sollten wir dann auch immer ausnutzen weil gerade diese großen werksgebäude sowas wie jagdhütte und sowas die kosten auch mehr steuern habe ich eben gerade gesehen ja dass wir das wenigstens voll ausschöpfen bloß dann müssen wir auch richtig auf produktion gehen dass wir auch dinge verkaufen können weil im jahr wieder dann werden die steuer nächstes jahr noch höher okay gut dann schaue ich mal eben wo ich euch nach eben rüber sanft rüber gleiten lassen kann bevor ich wieder mich um kopf und kragen rede ich will euch ja nicht abladen ich will euch einfach nur gute hände bringen und dann gehen wir zu collins rüber oder gehen wir zu collins rüber der spielt gerade frostpunk ich habe da ich habe heute in meinen clips wiederum gewurschtelt und hatte sofort wieder den soundtrack von frostpunk am kopf das war so schön da gehen wir jetzt rüber das ist gut sehr schön weiter geht es am samstag um 11 uhr mit 1.800 und für die die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben die nächsten sonntage gibt es erstmal keinen stream ich mache mir einen kopf um eventuell ein neues konzept und ich werde da was umwurschteln weil ich bin nicht mehr zufrieden mit dem mit dem sonntag weil ich dann so konzeptlos da mal reingehe und ich weiß was ich sagen soll reden soll und keine ahnung was ich muss mir was neues einfallen lassen das muss der sonntag muss umgewurschtelt werden nur dass ihr bescheid wisst also jetzt erstmal so die nächsten 1 2 3 sonntage je nachdem bis ich irgendwas neues weiß sonst sage ich bescheid aber samstag gibt es auf jeden fall auch nur 1800 und die anderen tage bleiben auch so wie sie sind und ja dann passt auf euch auf bleibt gesund bleibt gut ich bis zum nächsten mal ich wünsche euch eine wunderbare gute nacht und noch ganz viel spaß bei collins mit frostpunk und uranus gute nacht sebo gute nacht querkus gute nacht as fast gute nacht bis zum nächsten mal macht's gut schlaft schön tschüss 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 macht's gut hat funktioniert hat funktioniert